schreibe ich den typen das mal englisch ist nicht so ich kann schon schreiben aber ich glaube der typ ist irgendwie so in tschechien oder sowas hier hat er es geschafft eine firma hier in luxemburg zu melden keine ahnung aber er ist nicht cool der typ so die streams sind unten ja richtig es läuft ja nein ja doch ich musste ich muss dir nach was erzählen sagt mir ich muss euch also ich hab das das salva schon erzählt so können wir mal sagen was mit discord nicht stimmt du stimmst nicht ja und ich habe ja gesagt ja aber ich habe dich nicht gehört ich habe ich würde das niemals machen wir haßen dich ihre fordnet lobby gesehen habe gestern ist er meint er so bei fordnet so ich hab übrigens ich hab übrigens ich bin auch krank melden er ist scheißegal ich war auch ich war anfang der woche auch fast wieder gesund und jetzt sitze ich auch wieder zu hause mit einer schnopf nase du verschleppst den scheiß meld dich krank es dank dir keiner noch nicht mal ein chef du kannst du kommst mit der sonne ja sie ist also morgen ab zum arzt bis das war meine zu hause und wir sind alle zu hause ich stand heute auf arbeit ich schnaub mir nie die nase ich stand heute auf arbeit ich habe mir mindestens 50 mal die nase geschnaubt mindestens ja aber es kommt anscheinend alles raus was ich immer hoch gezogen habe ja nur einen moment das ist das ist das ist so ekelhaft das hängt hier überall und nirgends der scheiß ja also Jana was machst du morgen krankschreiben eventuell zum Arztgen wie ich die eventuell ich hatte zum Arztgen verstanden aber ich glaube davor hast du irgendwas gesagt das hat kurz gepiept irgendwie mein Headset das glaube ich auch nicht ne jetzt erst mal im Ernst das dank dir wirklich keiner wenn du nicht zum Arzt gehst wenn du krank zur Arbeit gehst erstens verschleppst du das und das zieht sich nach hinten immer wieder raus zweitens wenn du richtig flach liegst dann äh sagt dann Jeff ja du kannst du kannst auch noch gerade stehen quasi also und dann wenn du flach liegst dann heißt das ja du hättest ja auch nach Hause gehen können ja es dank dir wirklich keiner also ich kann von Glück reden dass ich eine 1a Chefin erwischt habe die von sich aus schon sagt ne Marcel auch wenn du sagst du kannst arbeiten du bleibst bitte heute noch zu Hause schläfst dich nochmal richtig aus und dann kommst du am Wochenende wenn du fit bist ja du kannst ruhig nach Hause gehen oder morgen blauer Brief im Kasten ne 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 sie achtet da extrem drauf blauer Brief was ist ein blauer Brief gelber Brief ne ernsthaft ist ja jetzt gelb früher hat man immer gesagt blauer Brief ne gelber Brief das ist ja das ist der böse Brief übrigens habe gestern aus Versehen mein Monitor geschrottet ne Aggressionen ne ich hab mein Controller also ja so ein bisschen aggressiv ne ich hab mein Controller geschmissen ne ich hab mein Controller geschmissen und der ist hoch gebounced so weil ich ja so ein normales Maus Pad von links nach rechts liegen habe und dann ein etwas kleineres da drauf quasi weil ich einmal falsch gekauft habe und das liegt quasi unter Monitor und da ist der Controller rauf gesprungen und ist voll gegen Monitor gedonnert jetzt ist ein Monitor Marsch oh mein Gott was für eine Geschichte aus dem Paulaner Garten ich hätte es euch gerne aufgenommen aber so schnell war ich nicht ja und jetzt äh hab ich hier noch meine zwei Monitore ich hab ja ebay Kleiderzeichen schon geguckt und das ist auch übrigens der Monitor den ich erst seit einem Monat habe ungefähr ja Karma Schelle kickt halt also wenn auch ganz hinbei ich hab den Tüten geschrieben ok ich äh das äh das äh ja das ist Karma Schelle ich soll aufhören die Kontrolle Achtung das ist ja man das Hobby ist teuer da gibt es einen Namen für wenn man statt sich selbst oder anderen Leuten irgendwelche Gegenstände zerstört da gibt es einen Namen für Aggressionen ne 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 ich hab ne 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 und er hat uns gesagt so, nimmst du seit 10 Tagen Cortison ins Auge? Ich so, ja, du hast doch gesagt, es ist weg. Meint er so aber nicht seit 10 Tagen. Ja, Cortison macht das Stich. Jetzt habe ich das anderes bekommen. Jetzt bekam sie hier Urin fürs Auge. Ja, jetzt habe ich so, einfach nur so, er meinte, meine Augen wären zu trocken und deswegen bin ich auch am kratzen. Die Tatte von Sabrina. Die hat auch ihr Leben lang Cortison gekriegt. Ja, meine Oma. Die Raut, die ist so dünn, die braucht bloß irgendwo hängen bleiben. Zack, halbe Muskel aufgerissen. Meine Oma war letztens auf Toilette und sie ist gegen die Klinke, oder wie nennt man das, von der Tür. Sie hat eine offene Schnittwunde. Es sieht aus, als hätte jemand sie mit einem Fleischermesser attackiert. Und weil sie ja auch noch schon getrinkt, da geht sie ja oft auf die Fresse, das heißt, ihre Knie sehen dann auf die Fresse. Aber die lebt von Cortison, deswegen haben sich ihre Knochen aufgelöst. Und deswegen bekommt sie jetzt seit drei Jahren so viele, zwei neue Schultern, eine neue Hüfte, ein neues Ellbogengelenk. Das ist das Hyperband-Modell. Ja, weil die Position halt alles andere angreift. Ja, ja. Die haben jetzt rausgefunden, dass sie keinen Ellbogen mehr hat. Das ist nur noch schwarze Masse. Wow. Kaveln, hast du Türen zu Hause, die gehen so zu? Oh, wie wird's jetzt alle jetzt Spotify-Jahresrückblick teilen, ey? Wie machst du das noch nicht mehr los? Aber es ist kalt! Nee, es ist kalt! Dann geh raus! Geh raus in den Schnee, bitte! Musst du jetzt Dumbo spielen? Ja. Die Leute können nicht sterben. Ja, also Jana, morgen geht's zum Arzt. Ja, das Ding ist, das ekelt sich nicht so heftig an. Ja, aber das ekelt sich nicht an, du ekelst mich an. Oh, sei nicht so fes mit Kevin. Der arme. Keine 13 Hütte, nee. Der arme Junge. So, was spiel ich jetzt mit? Hast du ein Fortnite oder was? Ja, Jana ist dabei, hallo. Switch, Louise! Ja, warte, ich muss noch, ich muss noch ein paar Aufgaben hier machen. Aber ich hab's mal. Wettbewerb wird hier geliefert. Oh, die Kontrollgeist, ja, richtig. Gesundheit. Hast du das auch jetzt genießt? Boi! Ach, das ist aber ein Wörter. Hast du die Dukung? Oh, du kannst doch das Dukung spielen. Quickly! Diese Doku gesehen auf Netflix, die gerade läuft? Das ist so ein Müll, ehrlich. Von The Squid Game, The Challenge. Das ist so ein Müll. Das ist so schrecklich. Ich hab, also, ich muss sagen, wer denkst du, wer gewinnt? Hast du alles geguckt? Nein, ich musste, ich hab Folgen geguckt, ich glaub vier oder so oder fünf, und dann stand dran, dass am 29. wir auf die nächsten Folgen kommen, und wir haben hier nichts gesagt. Ah, ja, wir haben heute, ja. Oh, aber es ist so schlimm, ehrlich. Ich war, ich war so krass für den schwarzen Typen. Ich war so krass für den Typen, Mann. Also, das ist aber nicht das Originale, also, das ist ein Spektrum. Nein, nein. Beppo, er hat mir eine neue gemacht. Was? Liste. Ich hab gesagt, ich will diese Käpte, diese Grafikkarte, die Bloxy ausgewählt hat, und ich möchte, dass das, das andere Netzteil haben. Es sei jetzt teurer, aber ich... ist das jetzt, ist das jetzt in eurer... also seid ihr da mit einverstanden? Warum muss da mit einverstanden sein? Ich weiß, aber ich verstehe nichts davon. Du bist beim Rechnung. Ich verstehe nichts davon, deswegen frage ich... meine Stimme haben wir... Ich hab mir ein PC zusammengestellt, bei einer luxemburgischen Firma, und der versucht, also der sagt mir halt andere Sachen, die ich drin reinmachen soll, wie Loxi, und ich hab Beppo gefragt, ob das gut wäre, und Beppo meinte nein, und Salva meinte nein, Ich hab mir das mal vor, was das ist. Oh mein Gott, ich schick's dir aus, okay? Er will hier in einen Pentium-Prozessor einbauen. Was? Kommt ihr euch das an? Wie viel bezahlst du überhaupt davon, Kevin? Gar nichts. Wozu? Wozu? Wozu braucht Kim 1.000 Watt ne Zahl? Beppo erklärt dir das jetzt? So wie der PC aufgebaut ist, wird sie nicht mehr so viel frei haben für die. Wenn sie dann ne Aufrüstung macht, dann kann sie auch ein neues Netzteil gleich kaufen. Salva meinte zum Beispiel, wenn ich ne Capture Card einbauen will, glaub ich, ne? Du brauchst ja bloß einen freien PC-Express-Slot. Meistens hast du auf die neueren Mainboards, hast du, ich glaub, 3 bis 4 Slots frei. Ein Slot nimmt die Grafikkarte weg. Meistens hast du da drunter noch zwei weitere. Bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, was das für ein Mainboard ist. Das ist der Gigabit. Ja, die Geschichte. Ich weiß halt nicht, wie das aufgebaut ist. Grafikkarte, 7900 ATX. Also willst du ein komplettes AMD, es hat auch Hammer, oder? So wie es aussieht? Ja. Na AMD oder Intel, machst du beides nichts falsch? Aber ich hatte, er hatte gemixt, er hatte AMD und Intel und Salva und Becormite gesetzt. Ja, deswegen hab ich jetzt umgespricht. Sorry. Prost! Danke. Ich bin bei eben immer, ich bin bei eben immer mit deinem Video in Planung. Nein, die, ich hab mich nie angesprochen. 2x2 Terabyte Festplatten. Brauchst du eigentlich auch nicht. Oh doch, warum brauchst du? Hä, warum du kannst, du kannst Partitionen erstellen? Ja. Eine Partition, äh, eine Partition Windows. Machst du irgendwie, keine Ahnung, 250 Gigabyte oder so und weniger? Ja, immer. Und den Rest machst du halt für... Nein, nicht, dass wir sie davor haben. Aber sie muss dann auch Videos drauf schneiden und drauf kassen. Sie, ich bin nicht, keine zweite Arbeit. Ich brauche mehr der Arbeit. Ja. Ja. Da reichen keine zwei, wenn nur Videos drauf schneiden und alles. Puh. Ja, schon, aber da reichen keine zwei Terabyte Festplatte. Da bist du ja noch vier Videos voll. Ja, du hast ja gemeint, ach, ein zwei, wenn so viel. Also. Ja, weil ich da ja noch nicht wusste. Da war ich ja noch nicht wusste, äh, dass du da bist. Aber so, als... Lieber zu viel, als du wenigst. Ja, ja. Und immer wieder, und außerdem kann sie es immer wieder nachbinden. Ja, also weißt du es. Weißt du es hier eigentlich. Aber versuch mal, äh, den Arbeitsspeicher. Versuch mal, immer zu... DDR5 auf jeden Fall. 32 Gigabyte ist auch okay, aber versuch mal einen mit mehr Megaherz zu finden. Ich hab das nicht gefunden. Der Typ hat mir den PC zusammengestellt. Wobei... 5,6 genügt. Ja, das meinte er auch. Ich hatte ja 6.000 am Anfang. Und danach hat er mir 5,6 gemacht, weil er meinte, das reicht. Musst du ja bis dahin schon, dass du, äh, Videos schneiden und rendern und alles? Ja, 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 ja. Ich hab gestrickt, ich hab mir den Typen schon... Oh. Eigentlich hat ja Loxi den PC erstellt und Loxi hat all diese Informationen. Weil eigentlich kenne ich doch so, dass du halt, äh, bei so einem Schnittprogramm etc., äh, frisst halt viel Arzt, weil ja, äh, dass du da, äh, 7.000, um das reinmacht, äh, die Schreibgeschwindigkeit schneller. Aber so vom Ding her, hört sich alles gut an. Wobei ich sagen, oder ja, auf jeden Fall würde ich, SOSD auf jeden Fall nochmal upgraden, quasi. Aber... Musst nachladen! Lass dir den aber auf jeden Fall, wenn er bei dir ankommt, lass dir den auf jeden Fall, äh, einbauen, weil... Ah, der ist zusammen, das ist ein Typ hier in Luxemburg, ich gehe zu ihm ins Geschäft, um die Schuld der hier zu mir ab. Das ist richtig, die Wasserkilung musst du zur Hose aber befinden. Da habe ich immer noch befinden. Ja, dann mach das bei Bogen, ne? Ja, das ist Scheiße. Ne. Ja, gut, es gibt Regeln, wenn man die Regeln befolgt, dann ist kein Problem. Kann auch ein Anfänger das machen. Wasserkühlung an sich, das ist eigentlich mit das Beste. Ja, das sowieso. Aber für Leute wie Kim ist eine Ayo am besten gedacht. Ja. Keine Kaste. Das ist ein Magazin! Oh Gott. Das muss ich hier machen. Das muss ich hier machen. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Danke, Bruder. Danke. Hättest du das jetzt mal an Papa gesagt, hättest du jetzt schon... eine Scheine kassiert. Nein, so... Ja, Papa, du musst den Gegner töten bei Zelda. Dann hättest du den Blick bekommen, meinst du? Den... den... den Szene knirschen, den Blick. Das wäre mal voll schlimm bei Lara Croft. Mein Papa ist immer verzweifelt. Und da habe ich, ähm, das Level gemacht. Ja, ich habe die Dosen. Wo muss ich hin? Da. Das ist noch so... Oh! Spät im Mission Impossible, oder? Ja. Wo muss ich hin? Oh, Black Widow ist da drin. Kevin, du kannst mich sowas von kreuzweise ans Zeh nuckeln, ne? Ich weiß dir. Dann lachst du noch über mich. Ich ersticke dich im Schlaf. Ich sag's wann irgendwo. Ich warte, dass Jana fertig ist. So lange, wenn ich so... irgendeinen Schmutz. Hat sich Kevin die Black Widow gekauft? Natürlich. Kevin, hast du Black Widow gekauft? Hast du Black Widow gekauft? Natürlich hat der. Im Shop? Ja. Nein. Das ist nicht die hübsche Black Widow. Ich hab die hübsche Black Widow. Die hat nur einen geilen Arsch. Oh, eben. Der Maschallah hat den geilen. Geile, oh, Black Booty. Obwohl bemerkt, dass sie sein Kinderspiel... Ja, aber echt nicht. Ich hab' echt'n geilen Arsch. Könnt ihr mal aufhören, von Ersche zu reden? Ey, ich hatte seit anderthalb Monaten kein Sex mehr. Ist das unsere Schuld? Ja, ist das mein Problem? Ist auch eure Schuld, ja, weil ich immer zocken muss mit euch. Schweine. Was ist denn aber stumm? Wir haben dich sowieso immer gestimmt. Ich weiß nicht. Boah. 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 Ich möchte nicht, äh, mit Marcel spielen. Boah. 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 dann hat er die Chance mit Frauen zu spielen, dann will er nicht er will ihm lieber mit Kevin spielen, er will ihm lieber mit Typen spielen Oh, ich hab nen Glitch gefunden, gut Scheiße, ich hab keine Money mehr Jana, bist du fertig? Nein Die Weihnachtsmarke ist ja, solange Glühwein zu trinken, bis man Sachen aus Filz toll findet Das stimmt Ach, bald, oder das Korken Diese Glühwein müsste ich verdrinken, ist wahr Das Korken Oder diese Stoffhandpaschen Ach nein, oder diese Das Schlimmste sind diese selbst gebastelten Schneekuchen Ich kann kurz nie erstmal Und dann siehst du den Preis, was sie dafür haben wollen Ja klar, genau Mach's selbst Logisch Es ist harm gemacht, ja, ist es meine Schuld, dass du dir keine Maschine leisten kannst Und das ist jetzt mein Problem, dass sie kein Leben haben Und das ist jetzt mein Problem, dass sie kein Leben haben Ah, die Dose macht ja Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Ich bin fast runtergefahren Ah Ah Kevin, das machst du? Ah Ich bin runtergefahren Ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Oh, die abhacken schon gebrochen Ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm Ich bin so dumm ja ja nicht so positiv ja er meinte halt sie hat gesagt sie kann momentan nichts erwidern ich wäre ein nein für den moment aber nicht ein nein das soll er sein lassen wegschmeißen und vergessen im ernst das sind die schlimmste art von frauen die dir so eine antwort geben ja und das ist wegschmeißen und vernichten wie ich sag mal sagen sie mal bei mir auf der arbeit in abschreiben und vernichten ja dann ist es vorbei alles hat einen verfolgt datum also dass wir alle schon wissen ist dass ich diese map hier in diesem leben nicht schaffen ich bin so ans wieder muss ich hier hoch ich finde die map ist nicht gut ausgeschildert meine hände sind klatsch was gemacht mit meinen händen ich habe meine hände doch ich habe die käme an ich wollte ich fühle mich sehr alleine ich fühle mich ein bisschen wie bei big weather wenn jemand die käme an ich mache gar keine käme an dann hast du dir noch mal ausnehmen sie wollen dein wunderschönes gesicht sehen ja klar und dann verprügele mich noch mal wenn ich mich nicht mehr aufgeirkt habe wo habe ich dich denn verprüge ich habe mich mal angewandt also ich möchte morgen eine discord nachricht lesen wo drin steht so leute ich war heute beim arzt ich habe deine nummer das heißt schon mal ich habe deine nummer das heißt schon mal ich habe aber auch da ist ja keine hohe position oder große position wenn ihr bald sollte ich mich mal ein bisschen anders meine mit besten Freunde wenn das seine mit besten freunde sind dann haben die dafür verständnis ja wenn ich sind dann auch keine mit besten freunde sondern eine arbeitskollegen eine beste ich glaube ich muss sich löschen wie gesagt wenn das wirklich deine besten freunde sind dann haben die dafür verständnis wenn sie kein verständnis haben und sich fragen ja warum und so ein bisschen rumheulen dann sind das auch keine besten freunde abschreiben abschießen genau so gut wie ich die schocken er macht mach es vor dem beispiel nur bei dir das machen musst du das nicht machen ich ein gutes beispiel glaub mir das ist danke keiner bei der post ich bin bei der post so oft krank hingegangen wo ich ja im auto gesessen habe und erst mal kurz fünf minuten sitzen musste weil ich überhaupt nicht mehr konnte und dann braucht mich mein stationsleiter was hält dass er nicht noch frei könntest du da eventuell ein springen wir haben so viel Pakete oder wir erwarten echt viele Pakete ich zu meinen stationsleiter gesagt ey guckst du mich mal an ich komme jetzt schon krank zu arbeiten nein natürlich nicht so und der reichen gelben Schein abgegeben dann kommst du denn wieder er finde ich Kevin kannst du mir das machen deswegen gehen zum armen und anbauen die behindert waren ich habe das extra anlass angegeben die sollen das in einer summe ab wollen das nicht ja ich muss nur strom nachzahlungen bezahlen reichen und raten feimer und gemacht habe ich extra eingeschrieben dass sie es bitte in einer summe ab buchen soll sprich 80 Euro aus schicken mir um Rottenplan mit einzelnen Auflöschen pro Monat wir wollen kevins knie sehen arbeit macht frei dafür geht ja jeder gerne arbeit hat sich die zahnschmerzen nicht gut gut die zahnschmerzen sind mittlerweile viel angenehmer geworden ich glaube du hast die salva rübergegeben du musst ein bisschen lauter reden auch wenn du schmerzen hast die zahnschmerzen sind 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 ja jetzt ist aber das problem jana will spielen oh mein gott hast du das gesehen das hat jemand gesehen ich will all diese dosen oh mein gott was habe ich schon viele verpasst echt das erinnert mich viel zu sehr an f*** deine mutter ich geh raus f*** die scheiße so jana ich komm kommst du auch doch ja muss ja keine andere mein match ist gerade vorbei aber ich werde in meinen lobbies bleiben ich bleibe in meinen lobbies das muss ich noch schauen was ich guck dass du es und gucken wir mal wie war das stimmst du mein namen das einzige was ich jetzt noch sagen muss ohne dass es rassistisch rüberkommt ist ich habe ein weißen auf weis bleibt weniger staub legen er hat den weißen bestimmt gemacht das natürlich das gibt auch rosa er hat aber nur weiß und schwarze angeboten würdet ihr weiß nehmen? die weißen sehen auch echt babamäßig aus meiner ist weiß da siehst du den staub nicht so doll genau meiner ist weiß mit fetten aluminiums rahmen ich kann ihm zeigen wie er weiß aussieht er stirbt denn da oh mein gott bleib zu hause ich war letzte woche dran ich vorletzte woche ich diese woche letzte woche und vorletzte woche also baba guck er würde so aussehen nein du hast ein pc du könntest einfach das bild streamen da du könntest einfach das bild streamen nein ich schicke so ja jetzt drück mal start dann gehst du oben auf dem profilbild ja und dann steht der gruppenbeitritt und da machst du nur mit einladung siehst du der weiß sieht er doch richtig geil aus dann hätte ich einen schwarzen und einen weißen also unter online-status steht das gruppenbeitritt da machst du nur mit einladung du hast ja online-status gruppenbeitritt und dann machst du nur mit einladung und da steht freunde wenn wir dran ok und wenn du darüber klickst weil jetzt können nämlich auch nur deine freunde beitreten und wenn du nur mit einladung machst musst du erst einladen sonst kommen sie wieder alle reingeschossen das ist halt nervig wieviel teurer ist der denn jetzt im gegensatz zu den 2.690 und der hier ist 2.600 monatslohn alter kauft sie hat einen pc für noch nicht haben wir noch stumm also wenn wir eben wenn wir jetzt mal ehrlich sind machte meine eltern bezahlenden teil und wenn ich viel kapitalien auch noch nicht noch schnell ja leider Bei mir nicht. Weil heute auf dem Weg zur Arbeit fast auf die Fresse flogen und durch den scheiß Matsch. Oh Gott, das wäre so witzig gewesen. Nein. Doch, du hattest gelben. Und es wäre ein Ernauerbarungsunfall gewesen. Also Beppo, wenn du mir das okay gibst... Okay, let's go. Freigetisch ist es okay, jetzt so. Nee, es ist wirklich okay, es ist okay. Ich könnte auch 10.000 Euro dafür ausgeben, meiner Mama wäre das scheißegal, nur... Na, alles klar. Sie hat vorhin so gefragt, wie viel kostet der denn? 2,7? Und mein Papa so. Ja, konnte ich mir denken. Dein Papa will nichts sagen, der sagt, deine Mutter war teurer. Er hat so einen Hintergrund, wenn du gearbeitet hast. Er meinte, was für Papa denn zu Weihnachten? Keine Ahnung, meinte ich. Ah, dann kriegt er den Bon vom McDonalds von Kevin. Kann er absetzen. Welches Lego? Duplo? Nein, sie hat irgendwie gesagt, da kommt so ein Set im Januar raus, die 200 Euro, das möchte sie haben. Ich glaube, Kevin und ich machen hier einfach einen Bon und dann... Ja, im Lego-Store, das ist geil. Kevin, das ist auch keine dumme Idee. Ja, könnt ihr auch nach Hamburg kommen. Komm, wir machen einen Bon im L-Toys. Könnt ihr nach Hamburg kommen? Wir haben einen Lego-Store hier. Marcel, ich wollte dich was fragen. Ja? Jetzt, wo du davon redest... Wie nah bist du am Harry-Potter-Store? Äh, drei Zugstationen. Warum? Das ist am Hauptbahnhof. Gehst du manchmal dahin? Gehst du mit Jonah dahin in der nächsten Zeit? Hm, keine Ahnung, wenn er einen Bock hat, ja. Warum? Weil die haben einen Advent-Kalender. Und ich will gucken, wie... Also nur, wie viel der da kostet. Und ich finde den Preis nicht. Auf Amazon ist der am billigsten. Nein, ich habe geguckt, da ist von Wizard Worlding selbst. Und den, ähm, kriegst du, ähm, halt in England. Aber mit dem Zoll und die ganze Scheiße. Deswegen... Oh! Wolltest du die Waffe haben? Nö, ich suche mir einen anderen. Okay. Ich habe zwar schon zwei Advent-Kalender, aber ich wollte trotzdem gucken, wie viel der kostet. Das wäre eine gute Idee, eventuell, für Alessandro. Ah, es ist wie viel Advent-Kalender zuletzt. Zwei. Guck mal auf Talio. Ah, stimmt, stimmt. Weil der Harry Potter läuft über Talio. Ich habe zwei Advent-Kalender. Einen mit Schokolade und einen mit Kerzen. Ich habe einen von meiner Schöpfung gekriegt. Also, ich hoffe, du irst dich dann nicht einmal. Kann sein. Einmal eine Kerze in den Mund genommen. Oh, scheiße, das war keine Schokolade. Ja, ich auch, aber den Advent, wenn man ihn geschenkt bekommt, sagst du nicht nein. Oh, ich habe keine Kerzen mehr. Oh. Ich mache das Haus nur kaputt. Ich komme in meine Küche. Oh. Schwenke. Ich komme in meine Küche. Glückwürdig. Ich roll mal kurz nach vorne. Gesundheit. Oh, danke. Na, Kim Kaya hat mich gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe, das ist das Update, bald rauskommt am 5. Aha. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ich schenke das zu Weihnachten. Habe ich dem gesagt, du musst da haken. Du darfst erst an Weihnachten spielen. Ja, klar, genau. Ja, dann, dann lass es mal gut sein. Nee. Ich hoffe, du bist selber dran. Ja. So finde ich aber. Ey, das sind 20 Tage, die wir fast dann warten. Ich hoffe, ich bin sehr weit weg von euch, aber hier sind Leute. Was kommt denn überhaupt ein Update? Äh, von Disney, ne, Dreamlight-Fälle. Achso. Multiplayer. Ich dachte jetzt, irgendwas Spannendes. Äh, Bruder. Das ist ein spannenderes, was ist los mit dem Affe. Äh, da kommt Yfi, da kommt Wollys Freundin, hallo. Und Rapunzel. Sind da welche bei euch, oder? Äh, nur ne Waffe ausprobiert. Also ich war hier ein gutes Stück weg und da waren wir schon. Also ich brauche auf jeden Fall ganz viel Munition. MP-Munie und, äh, Sniper-Munie. Falls ihr irgendwie was abdrücken könnt. Ja, Beppo ist nicht dabei, der Loot-Geyer. Du bist der Loot-Geyer. Die Loot-Geyer-Munie ist die Kleine, die hier. Das ist die MP-Munie. Ah, Jana, ich würde dir auch was kaufen für Weihnachten. Das ist die Sniper-Munie. Was brauchst du, Marcel? Die Leiter. Die ganz kleine und die ganz große. Leichte Patronen, genau. Ich kann die wegschmeißen. Hier sind welche. Bei mir ist es auch Viereck. Hier sind welche, Leute. Hier. Ein ganzes Team. Große habe ich nicht, Marcel. Nee, sie haben den Rift genommen. Sind weg. Ich habe zwei. Ja, die fliegen hoch auf die Insel. Oh, wie viel ist das? Hier oben ist einer. Wollen wir auch hoch riften? Ich habe zwei Rifts. Wie du willst. Ja, dann lasst du alles zusammen und ein, zwei, drei und. Wohin? Hier auf dem Krater. Hier bei einer. Echt? Geht das? Ja. Ich bin oben. Ich auch. Wo ist der denn? Ich habe doch hier Steps gesehen. So runtergefallen. Was ist, wenn ich runterfalle? Sterbe ich dann? Oh mein Gott. Ich habe für Jana fliegen gesinnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war mehr Glück als Verstand, Jana. Was ist richtig Glück? Wow. Leute, wir müssen runter. Steppen wir, wenn wir runterspringen? Jana, bück dich. Bück, 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 bück. Bück dich. Nö, mein Stopp nicht. Ich spring runter. Wenn ich sterbe, dann helft ihr mir. Dann seid ihr schuld, wenn ich sterbe. Nein, wir sind nicht gestorben, Jana. Okay. Ihr seid nicht schuld. Oh, genau, der ist hier lowlife. Der rote. Hab ihn. Komm schon. Okay, nimm dich. Komm, 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 komm. Sitz, wer abtallt. Ja, ich habe Marcel geholt. Dann komm. Da hast du noch einen. Nee, nicht. Dann hatten wir noch keiner. Auf dem Baum. Achtung, hier. Oben auf dem Baum, das ist ein Grund, der Schauer, ne? Sauch, bei Kevin, mein Kevin, mein Kevin. Kevin, rechts und dir. Entschuldigung, ich bin zu viel im Spiel drin. Ich muss halber noch mehr Kopfschmerzen. Tut mir leid, Salber. Oh, jo, hier vorne. Ich sehe es, Kevin, links. Ja, da, komm doch mal. Oh, ich muss nachladen. Schöne. Okay. Kevin, da, ich bin gerade vor ihr. Ja, ich bin tot. Ja, macht's weg. Da hältst du gerade? Ja. Ja. Ah, f***. Ah, dafür haben wir sein komplettes Team. Ja, dafür haben wir sein Team ausgelöscht. Alles Kevin, schuld. Das haben wir nur noch alleine. Ja. Arschkind. Ich hatte kein Bluelife, deswegen war es so schnell down. Ach, mich schwer erwischt. Oh. Oh, das ist einer der deutschen Spieler gestorben. Aber, aber, das ist der Freund von Winnie und Ewe. Mit 25 Jahren ist er gestorben. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist Juno, das ist Juno. Das ist richtig Juno, auf der Footbanner zu springen. Scheiße! Schrauben! Ich hab' mir gestern echt so total die Zoo zerbrannt, ne? Ich schau' immer noch nicht. Ja klar. Ja, na gewohnt, dass der Weihnachtsstund. Ja klar. Was krieg ich von euch? Schokolade. 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 Schokolade! 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 Was ist ein Sturmdreher? Ja, da machst du den Sturm quasi. Also da brauchst du ne Zone. Ach so ok. Ok 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 ok. So ein Jetpack, ein Iris. Jana, ich habe einen Busch, wenn du willst. Schön für dich, dass du einen Busch hast. Ich habe es schon gemerkt, in dem Moment, als ich es gesagt habe, war ich schon so... Oh Gott. Wir sind nicht in den 70ern hier, ja. Ah, wir haben verstanden. Ja, sehr gut. Ach dann, Depo hält auf und ziehe ich dich in meinen Busch rein. Nee. Da kommst du nie wieder auf den Weg. Ja. Ich glaube, wie so ein Ten-Farkling. Bei Davy Jones. Wiederhaken. Die sind auch mit Puss. Oh, du Pussy. Sorry. Du Pussy. Nein. Jana hat auch in Squid Game geguckt, die eine der Dinge. Ja. Aber nicht alles. Nein. Ich habe mich! geholt hat er hat sich auf den boden gelegt und sich zusammengerollt und geheult was hat halt einfach nur mit dem zu tun was es schon gibt wirklich nur was erwartet dass die abgeknallt werden ich hätte das echt witzig gefunden ich habe danach muss ich das richtige ich meine ich gehe auch in den worten zu sehen wie die leute überleben das sind richtige menschen ich habe so gehofft dass der schwarze typ da der das gewinnt ich habe einfach gehofft dass es die zweite stoffel ist von einem anderen ja ne die kommt erst der rösen hat er hat so ein hoverboard hat hier jeder im busch außer marcel ich habe keine waffen um da jetzt in den krieg zu gehen die kleinste leichte munition wir haben uns gesehen ja eine liegt da hinten ist einer mit dem hoverboard der verpässt sich jetzt nee die snipen den anderen aber dort bleibt links ist noch wer oh mein gott hier sind so viele leute ohne witz ohne fitz ohne fitz ohne laura das hinter uns da oben da kriegt irgend hat jemanden die schwarze die 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 ich glaube, wir müssen Arschte versorgen. Ja, da oben, ja, er hat ihn gesehen. Ja, ich hab ihn gesehen. 22er. 23er. Er geht nach links, Marcel. Kommt zu Kevin. Komm, 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 komm. Okay, dann bleib stehen. Jana, pass auf. Stopp. Okay, Hoverboard kommt zurück. Danke. Ist das dein Ernst? Ja, der macht das. Nimm dieses Medi-Kit jetzt, voll. Wo? Hier vorne, ja. Bin da. Habe ihn. Habe ihn. Habe ihn. Weg. War das die Hoverboard-Tussi? Nö. Nö. Das war ein anderer. Scheiße. Sie feuern auf mich! Den Wasser, nimm den im Wasser. Wo ist der andere? Da. Der ist weg. Muss er weg? Ja, alter. Der andere war hier im Wasser. Ich weiß nicht, ob der jetzt weg ist oder nicht. Ja, der ist weg, da nicht. Oh, ich wurde gesnipet. Da, da kommt einer. Durchs Wasser. Huh! Von wo? Mann! Mann! Ja. Und was war es? Ekelhaft. Fick nach. Du Meme, Mann! Entschuldigung. Ah, ich seh, ich seh, der ist hier rum. Ja. Jana ist richtig. Das ist der Arrobo-Typ. Die und ich seh. Ich bin Teumungsgranate! Jana macht es richtig. Die geht am Ende. Ja. Ja. Ich schaff nicht, Baby. Ja. Ich nehme es Bravo ein… Boah! physically. JioEEY! da kommt ein Auto hinter dir das zusammenhängen geht schneller hier eins für dich hier ist noch ein kleines Schild wir brauchen einen Bus für Kim hast du einen Tee gemacht Zauber? nein das muss mir sagen gleich eine heiße Schokolade aber das ist doch Zucker nein ohne ohne Zucker und da ist gar kein Zucker mehr mit Milch oder mit Wasser? ja Milch macht auch Bakterien in deinem Zahnfleisch das hat nichts damit zu tun ich will dir nur helfen Zauber ich hab hier Steps im Haus oben auf dem Dach ich sehe sie von Jana aus ich stehe unter direktem Beschuss es war gerade da wo ich glaube 2 1 1 oder 2 wir sind jetzt hausgeglitscht er kommt hoch ist ein Busch unter Beschuss wir haben uns die Führung gesichert ich hab ihn wir haben uns die Führung gesichert ich hab ihn einer oder zwei drinnen drinnen im Haus da ist sie ja danke ja ja na die erste Waffe kannst du wegwerfen die brauchst du nicht und die zweite auch geh schmutz und jetzt sehe ich deine Waffe nicht mehr ich mache es immer so ich mache eine pump und dann mache ich eine mp und dann mache ich eine sniper du kannst auch in den einstellungen so machen dass zum beispiel deine ausrüstung wie heilung und so automatisch nach in einer seite gehen fliegt einer er kommt runter er ist hier oben drin noch ein sohn alter ich habe elf hp er ist drinnen erst vor marcel sehr gut wir sterben ja auch ich nehme sie warte ich kann ja noch nicht die Karte die ersten ersten Medikets kommt ein Flugzeug hier kämpfen hier in dem 1 ich brauche das andere ich habe noch drei mit Kitzel Können wir Yana noch holen, glaubt ihr? Yana mal kämen am Bus, in der Zone irgendwo. Ich lauf, ne egal. Ich auch für mich. Boah, ich geh'n sie. Ich hab' auch ne. Der? Oder? Der ist so. Geh' sofort in die Zone rein, Yana. Hinter uns wohnen welche wiederbelebt. Wir haben Yana zurück. Achso. Mach' mich schwer, ehrlich. Hier ist noch Biggie, ein Softpack. Ja, bitte, Kontradrohne! Fordere Aufklärungsüberflug an! Ja bitte, Aufklärungsüberflug an! Ja, Yana bleibt mal stehen. So. Ah, denn hier liegt noch Biggie Kevin. Hier. Ich bin hier oben aufm Berg. Nimm das. Ich bin hier oben. Ohh! Ach so! Dann mach' ein Blik. Nimm den Biggie Logan! Na, na. Und,nae... ...ä. Ich will vecul Confederasko. Oka küft. Naaaaaa, na. är plat. so ein jetpack er will wieder zu hause bleibt ich hab heute zu ihm gesagt geh zum arzt ich nehm dir noch einen termin mit ich hab wo ist denn Kevin? Kevin ich hab ein Edi-Kit für dich, wo bist du denn? Jana, pass auf Tony ja wie kommen wir auf diesen Berg da hoch? hier ist, hier ist ne Seilbahn ja, na komm mit ja, na komm mit ich muss mein Hover rassen müssen ACHTUNG! SETTUNG! ACHTUNG! 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 hier unten EGO VON BOAR war direkt hinter mir direkt hinter mir ja, ihr Fotzen alter ARITONISK ACHTUNG! wie ekelhaft kann man sein habe ich das ist nicht das war unser fehler wir haben uns getrennt wir haben uns getrennt ich bin ja noch in Lobby ich glaube noch in Lobby wir haben uns, ist zwar unser fehler, leute er bin eine Kostmatrone ja, aber er hättet euch fest hab gerne geholfen hätte, hätte ja, hätte, hätte Fahrradkette, Marcel dann hätten wir jetzt vielleicht gewonnen das Ziel zerstört hätten wir ja ich verstehe dich nicht ich verstehe dich nicht ich klingt ja Kevin äh, was ich hör nicht auf bis ich diese, diesen Battlefestellte vertrete also ich hab Seite 6, fehlen mir bloß noch 2 inklusive dem Charakter also der Charakter plus noch 2 andere Dinge und Seite 7 noch Beppo Kevin macht dich lustig hier wird was du wärst voll konzentriert du wärst voll konzentriert ich fühl mich traurig, dass Novetto und ich die Kamera haben ich will ja ja, wo ist Hall, was ja, wo ist Hall, was ja, wo ist Hall, was ja, wo ist Hall, war wenn man immer zu Hause ist, ist es nicht. Kevin, nimmst du den Eminem Skin? Kevin ist rauf, ne, aber Kevin nimmt zu 100% den Eminem Skin. Das kann ich dir auch beantworten. Ich auch, ich auch. Wie viel ist der jetzt? 2600 Freebox, oder? So ein 2 Sets. Einmal der schwarze mit einem Anzug und einmal der andere. Soll ich jetzt sagen? Ich hab noch nie den Film 8 Mile geguckt. Was? Ich schwör, ich schwör auf alles. Ich weiß, um was es geht, ich hab auch nie Matrix gefunden. Sag zu Kevin, der Skin geht auf mich. Wisst ihr, was ich auch noch nie geguckt hab? Die Green Mile. Gibt's ein Buch dazu, glaub ich? Ja. Zu jedem Film gibt's zuerst ein Buch. Kevin Skin? Hä? Ja, für sein Geburtstag. Achso. Ja, stimmt. Das war Beppos Geburtstagsgeschenk. Also wenn ihr mir was zu dem Geburtstag schenken wollt. Nein, das war ein Scherz. Eigentlich war sie ernst gemeint. Beppo schon, Beppo ist auf meinen Geburtstag eingeladen. Er schon. Ich brauch nix für Weihnachten, ich brauch nix für mehr Ruhe, ich brauch gar nix. Ich brauch nix für einen neuen Monitor eben. Ja gut, bei meiner kleinen Schwester ist das was auch interessiert. Ich wüsste da was. Bei meiner kleinen Schwester und mir ist es so, dass wir uns sagen, was wir wollen. und das kriegeln wir für Weihnachten. Ich möchte meinen Handrücken covern lassen. Also, Tattoo Gutschein wäre ja bei Nice. Ja. Ja. Muss ich meine Brust noch covern lassen. Brust verteuern. Ich sagte, ich will nix für ein Geburtstag, ich will nix für Weihnachten. und dann habe ich gesagt, oh doch, warte, mir fällt was ein. Ich will meinen Handrücken covern lassen. Also, ein Tattoo Gutschein. Hm. Das seh ich ja schon immer. Kann ich mir auch einschenken, wenn du schon dabei wischst. Ja. Aber ich frag meine Mutti, ob die zusammenlegen und die mir den Gutschein schicken. Die könnten auch einfach untereinander wischern. schrottwischeln, sowas, 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 hasse ich. Mal mit dem, aber ich hab nur Scheiße gekriegt, ey. Quatsch. Quatsch. Ich bin so ein Sembo-Taschentof oder so. Ich mach gute Geschenke, Leute. Ich hab nen sehr wertens Set gekriegt mit Ostereiern drauf. Äh. Was hab ich noch gekriegt? Ich glaub so ne Plünd-Duftkerze, die ekelhaft nach Zimt und irgendwas anders gerochen hat. Irgendwas anders war das noch. Was war das, ey? Also das sind keine Freunde, das sind Leute, die sich schossen. Von Rossmann und was war das? Ja. Ich brauch Kerzen. Guck, das ist meine letzte Kerze da oben. Gib mir 20 Minuten, dann kriegst du Kerzen. Ich fahr zu Ikea. Ich schenk ihn dir. Ja? Du brauchst als Geschenk. Ob ich dir V-Bucks gebe und dann du ihn kaufst? Ja. Das geilste Geschenk für Kevins Geburtstag war einfach dieser fucking Kalender. Ja. Ich kann dir schön, Dylan hätte den geklaut und ich wär über den Tisch gesprungen auf Dylan und Kiegen. Ich meinte schon zu kiegen. Geh, geh ein Stück rüber. Weiß ich nicht. Boobieslamm ich mit. Du musst dir vorstellen, Marcel, an dem Abend wurden irgendwie drei, vier Geburtstage gefeiert. Ja, es war so laut. Und Dylan war die ganze Zeit so... Zu jedem Geburtstag. Feier. Ach nein. Na eine, also das und das Kind. Ich wollte dem Kind, das war so ein kleines Kind, das hatte so ein Auto von Lightning McQueen. Sie wollte dem Kind, das glaube ich. Er ist ständig neben mir hin und her gelaufen und ich wollte einfach so das Auto kaufen. Ja, Paki ist nicht da. Ich kann keinen John Cena mitnehmen. Paki! John Cena! Ich hab vorgeschlagen, dass wir nicht so hintereinander geahnt haben. Der meinte, man stellt das nicht. Wenn ich nicht in Ordnung, Master, ich hätte dir Wiebachs geschenkt, also... Wie war's? Ich krieg Wiebachs geschenkt? Du willst ja nicht mich stellen. Ja, gut. Ich hasse sowas eigentlich, keine Ahnung. Ja, aber wir sind cool. Ich kenne halt nur Schrottwischeln, das ist das. Ich kenne keinen normalen Sichteln. Quatsch. Deswegen habe ich gleich gesagt, so Schrottwischeln, das kommt noch Schalt dabei raus. Ja. Also bei uns ist das immer so, abends unter meinen Freunden, Wischeln, Minimum Betrag 50 Euro. Ich hätt jetzt 20 gesagt. Das ist aber kein Wischeln mehr. Das ist aber dann kein Wischeln mehr. Ich hätt jetzt 15 oder 20 gesagt. Wischeln ist so wenig wie möglich. Naja, da hätt ich auch maximal ein 20. Ja, dann wundere dich nicht. Meine Chefin hat uns allen Adventskalender geschenkt, so. Und wir schenken ihr ein Adventskalender, also den stellen wir alle zusammen. Ich habe hier auch eine Tasse, wo Chefin draufsteht. Chefin! Ja, dann habe ich hier mal ein vernünftiges Beanie geholt, weil sie trägt immer nur so einen Plinnscheiz. Was? Was? Und zweimal eine Packung dicke Oreos. Was hast du ihr geholt? Ein Beanie. Ah, eine Mütze. Ein Beanie, ja. Ein Mütz für den Mütz. Ich bin immer. Mütze für die Aktion. Ja, ja, warum? Also ich habe eine Mail bekommen fürs Wichteln auf der Arbeit und ich habe sofort Nein gedrückt. Ich habe nur das gelesen, Wischeln, Nein. Nope. Nope. Die Sonnezeit könnt alle euren Scheiß für euch behalten. Oh, bei mir, bei mir, bei mir. Was denn? Danke. Ich gehe mal eine rauchen. Nein. Ist da immer Haus? Ja. Ja. Die Sache ist sowieso. Ich habe schon bei Criana und Salva. Das heißt, ich habe nichts für Marcel Lippette. Das heißt, ich brauche immer noch deine Adresse wegnehmen. Ob ich die gebe. Hier ist ein Saufkrug. Kommt mal her. Kommt mal her. Kommt mal alle zu mir. Kommt mal alle. Und ich komme zu euch. Ihr seid alle beieinander. Ja. Ja. Achso, das war schon. Hier ist noch ein Busch für Jana. Ja. Ob ich gesehen, nehme ich Bauchug. Ich nehme die beiden mal mit. Nimm den Busch mit, Marcel. Ja. Ich nehme die Beste. Wie ist da? Ich habe sie ab. Kann Kevin gehen. Oh, sie kann dann wieder auch doch. Oh. warte warte nicht weiter schießen ich hau den runter ich habe ihn runter glaubt er falsch angekriegt hab ihn war der letzte ja sehr gut dann lass uns da alle rein ich habe echte probleme wenn sie fahren in spiel geht also nicht das biet schon in der zonen hier kommt doch an die zonen wo wollt ihr den hintermarketen fahre ich da hin ja ja dann den lauf so nicht so nah geben denn dann hol jana ab ich bin gleich da aber wo wollt ihr denn hin wo ist marcel kann jemand mir marcel markieren ich looter kurz ich bin so ok sie hat wusch du machst feuer also das hat hier nichts mit mann nicht für speed ich habe keine musik an das geht nicht das ist nicht das ist an dem sogar gehen aus der zonen raus nein das ist tiltet ne durchfahren oder wir können ja hier erstmal looten ich versuche ja das ist wie bei the walking dead man ich versuche ihn durch die leichen zu fahren ich bin ich bin die leiten die 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 Hast Du Deinen Kakao schon gemacht? Ja, immer noch am Waffen. Ja, wie der Zorn ist. Pass aber auf, dass die Hitze Dir nicht zu sehr wehtut, ne? Ja? Ach, wir haben doch noch fast zwei Minuten Zeit. Hier ist noch ein Saufkrug, falls einer Platz hat. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe schon zwei Steck mit. Ja, ich jetzt einfach diese Kiste gesiegt habe. Oh ja, Alter. Ja, Alter, ganz hinten, ja. Kommst Du mit Jan? Lass pushen. Oh, wohin? Ja, wo ich bin. Äh, komm jetzt. Dann sind wir wieder zu weit auseinander. Ducken, ne, wenn was kommt. Ja. 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 Ich bin wieder da. Ach, ne, bevor ich... ich hab was weihnachtliches jetzt zum trinken Ecknog ich liebe das Teil von Lüchsle wollen wir das Rift nehmen oder ich auch nicht ich sterbe auf der Toilette aber ich bin ja im gelben ich weiß aber das schmeckt so das ist wild wo gehen wir hin ich bin ja zu Hause und dazu die Gegner hier schießen welche ich warte auf Jana komm Jana durch ich geh mal rein einfach spring spring durch und dann zu Marcel wo ist Kevin er landet auf zwei verschiedenen Plätzen ich kann nicht lesen aber ich gedauern Beppo einfach Laktose intolerant und trinkt pure Milch ja gut auch für die Wintertage esse ich äh Raclette ich weiß nicht ob wir das dieses Jahr essen ich sterbe zwar jedes Mal aber weil er jetzt auch die Krankheit hat einfach scheiß drauf wort wird Kevin du musst bedenken Nima ist dieses Jahr auch wieder dabei leider wobei es gibt auch Raclette Laktose frei ah Schmutz ich liebe machen er nennt es nie so lieber machen mit den Händen Handarbeit ne ich weiß nicht weil wenn Nima ist dieses Jahr dabei dann besäuft die sich wieder dann gibt es kein Alkohol ich Papa Papa ist krank oben auf dem Berg das ist halt das erste Jahr Kevin wo Papa mit der Krankheit leben muss Mama meinte irgendwas am Anfang nicht von Raclette aber meintest du doch? hm ja hauptsache Kevin will will ähm will er recht gut ist noch ein Biggie nein wieder stirbt der nicht ja noch ja noch sie kriegt übung ohne fleiß keine reis ich drehe immer so im kreis nein was glaubt er mir den kettel schweiß sopfer wir haben ein bisschen unmittelbar was du auch noch essen könntest klingt jetzt voll blödes baby ich hab heute schon fast wieder und das hat aber ging das gegen das kann ja sein ist lecker aber nicht wenn du so die zähne ja aber du weißt es also ich erdichte kaum schmerz die weisheitszähne rausgenommen bekommen habe ich ähm Marcel weiß das noch ich hab mich äh Babybrei ernährt jeden Tag saß ich mit einem anderen Gläschen da ja Bolognese ist echt gut ich hab mal so ne Diät gemacht mit mit solchen hier ist noch ein so guck ich ja wie viele Alter das ist ja gut also ab marcel muss ich ja nicht aufpassen ich halte meine schädchen zusammen her in den Berg weiter der Busch der so auffällig alter nein ich auch ohne aber er schützt halt wirklich von dem Schuss ja nur den nur den ersten Was sind das für Bots, bitte? Was sind denn das für Bots? Golden Oktopus, ah ja. Da sind noch so, ist hier noch drei Stücke. Achtung, der Flugzeug explodiert. Er erzählt davon, ob er high ground hat. Jana ist da. Ich versuche meine Schäfchen zusammenzuhalten. Meine Schäfchen rennen wir auseinander. Jana. Jana komm du lieber zu uns, weil Marcel, der macht jetzt auf Long Ranger. Okay, das sind drei Spieler, die in einem Team sind. Ja, die können auch da hinter uns sein, dann sind wir richtig gekriegt. Wenn die rechts von uns sind, wenn die da sind, sind wir gekriegt. Ich hab keine Sniper. Was ist das? Ja, na. Wirklich? Das ist nur einer. Wirklich du Lula. Nein, aber sie weiß, was ich mein. Na, hier ist noch einer hier vorne. Da unten. Ohne. Sehr gut. Hier vorne rennen die anderen. Einer ist weg. Rüber. Hier. Hier hinter. Ja, ja. Hüpfer. Hüpfer? Wir sind beide da. Haben wir Sniper? Nein. Hüpfer. Ich hab ihn weggemacht. Oh, grüne. Oh, ist bei mir. Jo! ich habe es nicht gekriegt, aber ungemattes da wurde einer kaputt verroffen Lobby wird er bereit machen ich habe die Krone nicht bekommen, der Penner davor hat die fallen gelassen ich habe hier die Krone nicht bekommen ich habe das Geld, die sind weg Ich glaubst du mir, ich hab irgendwie keinen Geschmack im Mund, Alter. Hast du Corona? Nein, er hat so eine Entzündung im Mund, das ist normal. Das muss mal machen, Alter. Du musst abwarten, was morgen... Ich wundere mich nur, mit all dem süßen Scheiß, den ich esse und trinke... Ich hab noch nie Karies oder sowas bekommen. Ich auch nicht, ich bin normalerweise sehr gekriegt. Also was vom Mund zu gehen und sowas. Deswegen, ich hab also... Meine Zähne sind gerade durch die Spange, sie sind mega sauber. Ich wasche meine Zähne nicht abends. Also ich wasche sie morgens aber nicht abends. Ich auch. Zwei Mal in der Woche, also zwei Mal am Tag. Das ist nochmal in der Woche. Zwei Mal in der Woche. Ich glaube, wenn ich das hätte, ich habe auch, seit ich die Weißheitszähne rausgenommen bekommen habe, habe ich auch gar keine Probleme mehr mit uns. Die habe ich bei mir auch rausgekriegen lassen. Das war im Januar. War das nützlich? Ja, frag Marcel. Ich habe nur geheult. Bei mir hat es zehn Minuten gedauert. Zehn Minuten hat es bei mir gedauert und am ersten Tag konnte ich gar nicht sprechen und so, gar kein Ding. Weil es bei mir echt angesprochen war, so. Aber am nächsten Tag konnte ich essen, keine Ahnung, ich hatte keine Schmerzen mehr, was mich halt nur, was mich genervt hat, das waren die Fäden einfach. Ja, aber hast du beim Zahnarzt oder im Krankenhaus? Genau. Weil ich hatte eine Vollnarkose. Ich war beim Kieferautopäder. Also ich hatte keine Vollnarkose oder sonst irgendetwas, ich habe nur vier Spitzen bekommen oder so. Nein, ich hatte Vollnarkose. Bei mir war das Problem, dass ein Zahn, die Wurzeln hat auf meinen Kiefer hier gedrückt und wenn der Zahnarzt einen Schnitt falsch gesetzt hätte, wäre ich gelähmt gewesen. Und deswegen musste ich... Ich hatte mal eine weiße Zähne noch. Ne, also Marcel, ich kann nur sagen, ich hatte Kevin, ich hatte, wie oft war ich beim Zahnarzt? Alle zwei Monate? Ich hatte immer so eine Kugel, hier so eine Eiterbeule. Nein, ich hatte einen Zahnarzt, ich hatte einen Zahnarzt, Kevin musste mit rein zum Kieferchirurgen und ich saß da und ich habe gezittert, als wir im Krankenhaus waren. Wann weißt du noch, Kevin? Ich bin rausgekommen, er hat mich ins Auto geschleppt, ich habe meiner Mama angerufen und ich habe zehn Minuten nur geheult. Ich mache sowas nie wieder. Ihr seid voll woanders, ich bin hier. Ich komme wieder runter. Ah, Baby lädt ja noch. Ja, das ist extrem dick, Eila, gibt die, Eila. Zeig mal, dass ich es sehe. Das ist extrem dick, Eila. Nee, nur die eine Seite oder auch die andere? Ah, ich sehe es. Die eine. Mach, mach mal, guck mal gerade in die Kamera. Nein, sieht es aus, dass es entzündet. Aber das kommt auch von den Szenen nicht. Du musst auf jeden Fall zum Zahnarzt. Er war heute, er kriegt morgen eine Behandlung. Ja. Er hat Blut gespuckt. Ähm, da muss man dringend zum Zahnarzt und nicht erst in einer Woche. Ja, ich habe, ich habe, ich habe tausend Grad. Ich muss nicht verletzen. Ja, bei mir sind keine Gegner. weekend, pass mal bitte, ich muss echt auf Twitter-Löken. Okay. Ah, Junge. Ähm... Uhhh... Du bist sowieso cool Aaaaaaaaah... glaub mir nicht den Kill, du Opfer! Zahle ist nicht richtig Zahle ist nicht, okay Zahle ist nicht, okay Zahle ist nicht, sighs ich habe 100 grad ja aber denke ich habe trotzdem ein bisschen Fieber der ist ja gar nix, ey sofort hier hin, ok? so berührt er dich jetzt? weiß nicht, was los ist Jana, ziehst du eigentlich Schmuck an? äh ich hab noch nicht ein Weihnachtsgeschenk gebraucht, ne? ich schon zwei ich muss für jona auch noch kaufen ich muss für alessandra noch was kaufen ah, der wird nicht so unbedingt pflegung sehr gut oh mein Gott, ich feier das voll, was will er? he 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 in den Monat Dezember in der Sucht wohlfrau, ey ich muss das eins kaufen zu sein scheißteurer Mona jona will was will er? äh, zweimal was von den Iago einmal Verfolgungsjagd mit Kais, Flitzer, irgendwas, keine Ahnung für uns mhm und dann Jagdhund des kaiserlichen Drachenjägers ja meine Mom hat auch echt viel von den Jago also ich bin nun echt, echt cool gewesen wie das klingt meine Mom hat auch echt viel von den Jago hh 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 das macht auch am meisten spaß ist zusammenzubauen aber wo soll ich es denn stellen? Ich habe zwei Katzenkinder zuhause, wie soll ich das machen? Du findest was! Ich habe auch was gefunden Ich muss es dann so einbauen in so ein Plastikraschspiel Den Kenner habe ich ausgeschaltet Weißt du was ich eigentlich überlegt habe, was wir meinen Papa kaufen? Wir kaufen ihm Switch Spiele Alle Zelda-Teile Ist er Zelda-Fan? Ja, mein Papa ist mehr Zelda-Fan Jetzt ist er mir sympathisch Ich überlege, ob wir ihm einfach alle Zelda-Teile kaufen oder ähm... Wie heißt das? Mario Hier so ein Schüssel in der Richtung Nein, nicht im eShop, das ich in die Spiele, da zum Beispiel ein Player One-Touch will Kannst du Papa am Samstag fragen, was du vielleicht willst? Ich brauche medizinische Hilfe! Ich habe sie jetzt schon Monat nicht mehr gesehen Einer sniped... einer, einer hier sniped hinterm Baum Oh, aufpassen! wir sind zu zweit am baum schießt du auch nicht noch einer noch einer oh mein gott das ist ein anderes team oh mein gott was war das denn jetzt wo ist jana ich bin so wo ist jana wo ist jana was ist denn jetzt los ich habe wieder gesniped ach du so und kind nein 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 ja ja immer diese ganzen die waren auch noch zu dritt schwarzen 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 20 08 der ist bestimmt erst 2008 geboren schwarzen 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 Ich wusste einen Moment nicht, wie er reagieren soll. Er hat 74 Dosen eingegeben. Und seitdem er trinkt, riechen seine Hoden riechen. Wie kann man seine Hoden riechen? Ich wollte das gerade fragen. Könnt ihr mir das erklären? Du weißt nicht, wie tief die hängen. Die letzten zwei Rippenbogen nicht mehr? Die hängen richtig tief. Ja, oder schlau. Aber es wird nicht halt wie ihr daft. Ja, so wie Frauen ihre Titten als Schal nützen können. Also Beppo, das wird bei mir nie passieren. Dann bringe ich mich eher um. Aber solche Ouder, die kann hier die Frau richtig schön ins Gesicht klatschen. Was ist falsch mit euch? Was ist falsch mit euch? Was ist falsch mit euch? Ich habe mich jetzt in die Zonen und wer drauf. Ich hatte einer in der Zone geschmissen, ey. Wir waren das. Ja, keine Ahnung. Schweine. Jetzt krieg ich Zonen schauen wegen euch. Ja, komm. Hier vorne. Achtung. Ja. Einer war Clone Wars. Sauers. Typisch. Das nennt man ein Black Saber. Kein dunkles Schwerd. ja kein wunder die habe das falsch übersetzt ich hab so übelst auf den Tisch geschlagen ein paar Sachen sind umgekommen ich wollte am anfang so machen und dann habe ich den controller hingelegt und auf den Tisch geschlagen ein junge soll konzentriert euch mal bitte ich sollte euch konzentrieren ja wenn du weiter rückst kann ich nicht wechsel im Magazin ja dann machst du das Rick aber den IQ von Rick hat er nicht nein da ist der Morte Gesundheit Kevin oh nein Rick wir können das nicht machen ich hab nicht gesagt es ist kein hoher IQ ich hab nicht gesagt es ist kein IQ wie Rick vielleicht ist es ein Morty ich hab nicht gesagt es ist ich hab Morty gesagt und gefragt es ist ich glaub die Freundschaft ist beendet ich werf dich jetzt los wie hoch Rick IQs ist er ist Wissenschaftler Alter der hat Zeitzonen erschaffen man die du nicht mal kennst ich kenne Gmt3 und GMP1 Kevin hat den IQ wahrscheinlich vom Vogelmann ich weiß nicht was für Mensch der Hund hat mal sagt Picklewick aber er hat keinen Plan was Picklewick ist doch er ist er ist wie Gurke aber er hat du hast die Serie noch nicht nein aber nicht ganz Lade ein neues Magazin ich hab immer mit Avni geguckt Gurt 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 ich häng im Baum fest Stürb wie Luder was ist denn 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 nein wieso schießt du ihn nicht stopp wo ist Jana ihr habt Jana nicht im Blick ein Busch ein Busch ein Busch Jana ist immer ein Busch was ist dieser Luftschlag wenn es nicht was ist es was ist es gut was ist es nicht wenn du 30 Kills machst oder wie nein der liebte ich hab noch die 30 Kills gemacht bei ich kenn das nicht wir haben drei sieh wir haben ein Bügel Wann bin ich wenn ich bin bin ich ich würde ihn nehmen ich brauche überhaupt mal im blu-life wie kevin arbeitet am sonntag ja aber nicht meins was moneten eigentlich sonntag ist doch alles ok bis zu Captain America mit dem Cape ist das dein Ernst meine Fressung Chris Evans schlägt dich Sebastian Stern ist der Daddy nur weil er einen Arm hat aber den anderen Arm weißt du bestimmt einzusetzen so ein stummelt das ist meine Stolker wenn er dich damit spankt man hallo könnt ihr mal auf uns warten ihr Pfeifen ich mach nix ich stehe noch Janna kommt wieder mit dem Busch das ist Eminem ne? ja das ist Eminem ich hör keine Eminem Musik was? wir müssen mal heute gehen guck Marcel ha 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 Marcel und ich, wir dansen gerade ab. Ja. Muss. Er wurde schon gelootet. Ich merke gar nicht mal, dass ich ein Geräusch mache. Wie Dylan mit seinem. Hier ist noch ein Biggie. Na, Pepper. Ja. Raketenwerfer in Deckung. Danke. Äh, Leute. Da. Da, da, da. Die kommen hier voll auf uns zu. Drei. Also, komm. Ich glaub drei der vier. Ich seh's nicht richtig. Meine Brille ist nicht stark. Wow. Wow. Jana, lauf. Ich hab ihn. Bruder. 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 Bin wir fangen hier oder was, du Idiot? Was? Hier, wenn du Lara Kroft spielen willst. Ja, ne? Ich was spielen würde. Na, danke. Oh, jetzt klaut er mir nehmen. Jetzt klaut er mir die. Was? Haben sie das Röl hier nochmal? Haben sie das Röl hier nochmal? Ja, Barbie. Voll drauf, weil wir schon immer mal machen. Was, wie fass sie bei Barbie? Das Radio ist nicht drin. Oh, wo wollen wir hin? Achso, wir müssen in den Tomas. Marcel, bitte machen sie... Oh! Das ist das nicht mehr so. Neee! Ich finde das Pinke echt schön. Und? Und? Aber es ist so ein Barbie-Wolf-Kang. So werde ich nicht sterben. Das ist so heftig. Nein, es ist ein Barbie-Wolf-Kang. Oh! Wow! Hoppla! So werde ich nicht sterben. Hoppla! Okay, das muss ich nicht. Magazinwechsel! Bitte steigen sie aus. Granate! Weg! Echt? Was ist das? Weg! 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 Er hält mal das da innen. Nimm den doch mit. Wird einer in der Zone geschmissen? Das heißt, da drüben sie mir, wenn du reichst. Guck, ich bin ein U-Boot. Ich bin ja mein kleines Boot. Alter, was ist denn was für ne geile Waffe? Dankeschön. Nein! Marcel, da sind welche hinter dir sofort. Ja, genau. Die haben uns auch gelegt. Neee. Scheiße. Na, wir haben dieses Ding nicht mehr, ne? Und der Baum? Ich glaub, die haben mich noch nicht gesehen. Nein. Einer liegt. Auf dem Schreif. War das für mich gedacht? Oh nein! Oh nein! Das ist die Katze hier oben. Da. Und hier ist noch einer, der mit einem Raketenwerfer schießt. Und hier unten ist auch noch einer. Kevin rechts und links. Jana? Kannst du mir helfen? Wo bist du? Hinter dir. Hinter dir unter den Beschuss. Bück dich lieber. Bück dich. Oh, jo, Digga. Was hat denn da mit einem Elm? Ich bin schon raus. Kevin, hol mich schnell wieder. Hol mich schnell wieder. Ich bin hier. Alter, wir müssen jetzt zu Marcel. Du bist zu Marcel. So werde ich nicht sterben. Okay. Ich hab auch einen Luftschlaf. Ja, schmeiß dir noch raus. Jana, weg, weg, weg. Hoppein. Hoppein. Sehr gut, sehr gut. Ohne, wenn jemand will. Habe ich schon was nix. Okay. Da vorne. Ohne. 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 Habe ich schon. Ohne. Jemand landet vor uns. Noch einer, ohne. Nee, wir haben sich verpisst. Nein, nein. Ich kann nicht mehr nehmen, ja. Ich kann ein bisschen was robben. Wo landen... Die fliegen hier irgendwo. Wo denn? Ja. Ich brauche Aufflärung in der Luft. Ich habe... Ich muss mich jetzt schnell heilen. Ich hab... 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 was ist das ganze Team eigentlich was jetzt Platz gemacht oder nicht? kann sein, ja wir haben den Camp too late oder was? ja hier ist auch noch nie ausgestattet und auch noch jemand oder die 200 hier kommt Lass einen Rift nehmen, hier. Ich lauf, ich bin schon fast unterwegs. Granate zurück! Ja, na komm her, wo da? Oh Scheiße, Mann. Sofort vor mir. Ja, tilt es. Ja, du musst mal beim tilt es rein. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Ja, ich lauf, weil ich muss hier hoch. Ich lauf links daran vorbei. Wer ist bei mir? Ja. Da ist einer. Falls jemand von uns da gerade läuft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich komm nicht durch. Oh mein Gott, ich komm nicht durch. Ich bin einem in die Flinte gelaufen. Hat einer Mad-Kid von euch oder so? Ich hab eins mal selber wissen. Bei Kevin. Ich muss auffassen, es ist einer hinter mir her. Ja. Ich brauch Hilfe. Ich hab einen gelaufen. Ich hab einen gelaufen. Vor dir Kevin, der ist dauernd. Sehr gut. Äh, was ist denn hier? Oh, dein Ernst? Ja, Digga. Ja. Ich hab einen Huren verloren. Bleib schnell, komm. Ich hab einen Schuss. Ich hab einen Schuss. Ich hab einen Schuss. Danke. Danke. Oh, what the fuck? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist ja vorhin. Ja, na, da. Da, 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 da. Ich hab einen Geruch unter dir. Mach die Scheiß Tür auf, Alter. Der ist weg. Jana, versuch nicht mal zurück zu uns. Marcel, die hat ihn. Idiot! Auge auf mein Feuer. Oh, Alter. Danke. Ja. Achtung. ja ich höre ihn oh mein gott draußen ich hab's nicht ich hab's nicht warte warte nein ich sterbe nicht nein jana schafft sie leist und ein geschaffen ich habe mir wird schlecht ich hoffe ja das ist hier ist er zu was er nicht in jana und dann nehme ich dich, ich komm, ich komm ich komm ich lauf ja, Marcel, grauf rein ey, ich... Marcel, wo ist jetzt rum ran? Marcel, komm, komm, komm ich halt dich lauf, rin, rin lauf, jana, lauf, 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 du rein, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht naa, stopp, 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 stopp ich bin nur Fui Weizen, Mann oh, leute, ich muss jetzt laufen, das schaffe ich... jana, lauf jetzt lauf, 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 lauf ich bin durch hier sind übrigens wir sind jetzt auf jeder Seite wir sterben dann jetzt nimm die Medikin ok das war eine gute Runde oh schon wieder du Hurensohn Mann der hat alles Gold ich will die ihr kriegt die Marcel willst du die Goldene Achtung ne ne scheiß drauf vor uns den Gegner oh alter hab dir den Siege ich hab die Goldene genommen ein Schuss win sehr gut sehr nice bei mir ist auch Feierabend jetzt wenn es am schönsten ist soll man ja aufhören ich hab auch einen schönen win geholt Leute hab gesagt ping ich hab die ich mir getan ich hab die Hand ich hab hier noch Masse ich hab hier noch Masse ich hab sie genommen ich hab sie genommen ja ich hab eine lila-fahne ich hatte gar keine ich hatte eine grüne DM ja gut dann äh wir sagen gute Nacht bis morgen tschüss und ja dann denk dran ne morgen zum Arzt ich möchte eine Discord Nachricht haben bestimmt hm 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 oder du schreibst Kim wie immer überall hauptsache dass du morgen zum Arzt ja wenn's nicht fragt war äh schlägt mich nicht immer es wird nicht besser du gehst morgen zum Arzt Punkt wir meinen es nur gut es wird nicht besser wenn du nicht zum Arzt gehst oh selber ich krieg hier grad von ZIX ne E-Mail Italien wartet mit ZIX bis zu 20% beim Mietwagen sparen ja erleben sie deutsche Wieter mit dem ZIX ne E-Mail ah ja ich mach Italien vora schmeiß ich dir nichts hier her ok dann gute Nacht und bis morgen joo tschüss 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 Robert und ich hab mir voll Weh getan im Knisch ach da ich hab mir voll Weh getan im Knisch willst du schlafen ich mach nur noch die andere Runde und ich mach nur noch die andere Runde und ich mach auch noch die andere Kunde richtig ich würde jetzt ein ding mal dieses titelbild auch haben das ist so geil ich habe einen die 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 wenn ich ziele sieht so aus wie eine pistole das ist doch echt eklig ne das ist nicht geil man war gestern du musst webfragen war schon geil ich darf nicht machen ziehen das ist auch das lustige aber es tut nur auf einer stelle wie das ist wieder mit den schmutzigen fingern sie sich morgen wenn du beim arzt rausgehst zurückkommst dann geht es dir besser den ganzen druck den jetzt hast du es weg ist der druck weg in deinen zählen das meine ich denke du hast hier oben echt irgendwie so alter drin also das ist garantiert ist doch das war noch danach wenn es nicht behandelt wird dann kommst du aber du könntest ein theoretisch an den anfang von paradoks haben ja das ist der anfang das hast du da nebenan muss man ja dann liegt daran weil deine zähne übelst und er hat und er hat ein verweist und seitdem er die monster trinkt getrunken hat hat das angefangen hat warum jetzt plötzlich davor hat er ja auch süßes getrunken ja gut das kann auch über die zeit gekommen sein denkt ihr und monster war der auflöser nicht unbedingt das hätte auch bei einem schokomilch passieren können aber ich habe nicht so viel süß gegessen ja aber wie die monster ist brutal süß denke ich ich hab die nie ganz getrunken weil weil mein magen hat rebelliert ich wollte eben begeben jana bei mir die hatte ich stand okay er ist ein bot aufstehen ja warte warte aber man kann noch was ist normalerweise heim oder so nein es ist wenn du es bis einmal ist es unheilbar das ist dein leben lang halten du musst dann eben regelmäßig regelmäßig zum zahnarzt und er muss das immer wieder gucken und du bist dann anfälliger für schlaganfälle rheuma parkinson herzen fackte blutdruck und diabetes ich habe das alles vorhin gegoogelt dann muss von dem haus drin sollen nein wie die deswegen warte ab was der zahnarzt morgen sagt und wenn der zahnarzt sagt du hast es dann weil ich in dem haus drin dann lasse ich um eine komplette thema raus nehmen das hat gar nichts damit zu tun du hast es ja in zahnfleisch wenn du dir die zähne raus nimmst hat es ist ja dein zahnfleisch immer noch da ich weiß was ich meine du mensch kannst du so eine richtig brauche reinigung mitmachen und das macht er morgen er kriegt morgen rein und dann muss er abwarten was dabei rauskommt und dann kannst du halt wenn du jetzt anfängst seine zähne richtig krass ich hab ihn sich darum zu kümmern kann es sein dass du noch glück hast und ist abwendet weil du hast aber schnell reagiert auch wenn das wirklich behaupten wir würden das nicht dass ich bei jenen lang ja nee aber wie gesagt deswegen habe ich ja gesagt du sollst die 14 zahnarzt gehen ich hab dir das von anfang an mit so was spaß man absolut nicht hier ist ein busch wenn du willst ich hab ein dass du alleine schon blut gespuckt hast schatz das hätte das hättest du sofort reagieren müssen das erste mal schon ich mach dir keine vorwürfe aber ich ich ne ich mach mir sorgen ich weiß aber du hättest von anfang an zum arzt gehen sollen heute ging es nicht mehr heute war ich mach meine grenze und du wolltest trotzdem nicht zum arzt gehen hilft diese mundspülung denn etwas das ist ja schon mal gut dann hast du wenigstens nicht gerade so krasse schmerzen schmerzen sind noch da es ist so schlimm die schmerzen wie heute morgen oder ein bisschen besser ja immer noch ein bisschen und er hatte kein medikament gegeben paracetamol oder ibuprofen morgen kriegst du ultra viele reingespritzt das ist das problem ich habe all diese medikamente hier vor mir liegen ich kenne die mediker deswegen bei meinen zähnen oder augen montag immer augen montag frist ich habe schmerzen ja aber es sind ungenehme schmerzen die nur stören sind aber ich bin nicht davon belastet nicht wie vor vorher ich kann schlafen damit ich kann essen also ich kann alles wieder machen essen rauchen schlafen aber ich habe einen neuen zahnarzt der ist richtig cool ein sehr junger ganz neue praxis alles neu renoviert wie heißt er denn er heißt wenn man sich mal wieder gucken hier meiner liste der ärzte dass ich mich jedes mal bei doktener anmelden muss ich habe mich übelst mit dem also nicht geprügelt aber ich habe mich mit dem halt ein bisschen angeschrien und da meinte ich zu ihm sie sind ein riesengroßes arschloch und da hat er meiner mama das gesagt und jetzt bin ich bei einer zahnärztin die hier um die ecke wohnt und die kennt mich eigentlich schon seit der geburt das heißt immer wenn ich dahin gehe heißt es deine zähne sind aber viel hübscher als damals als du vier warst meine zähne waren waren echt krumm also naja die ist echt ist echt schon lustig die meinte damals auch zunächst noch nicht jetzt was hat sie gesagt reißt sich jetzt zusammen und lass dir diese weisheitszähne rausnehmen ja wo jeder spielt zurzeit mit thema hier bei mir ja gut ich habe es geschafft die erste taunung zu kriegen die die habe ich jetzt die morgen abläuft welche die rote ne ne die maca die makarovs genau äh goldner fluss da muss ich nur noch die von der aktuelle woche machen ich habe die anderen drei wochen fertig jetzt ich habe die schon gemacht die sieht nicht schlecht aus die sieht nicht schlecht aus ist da jemand nein oh ja äh die euer den der das それは 내용 dizer der wir sind genau els Ich finde es auch zum Zahnarzt. Ich merke es gerade. Also meine Lieben, ich würde mich jetzt nochmal von neuem was abliegen. Ich wünsche euch was. Okay. Ich habe einfach Fallschaden bekommen. Ich würde mich jetzt nicht sagen. Okay. jahre 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 zwei stück ich nehme den weiter hinten weiter hinten liegt hast du den vorne hat dieses rumgehöpfe bringt man ich mache mir echt sorgen wir haben morgen und dann wenn er dann beim zauberstauern dem hochkurs und auch Ja, aber ich mach mir viel Sorgen. Ich mach mir sehr viel Sorgen mit ihm die letzte Zeit. Aber es liegt auch safe an ihm für Geraden. Ja, ich weiß, aber ich mach mir sehr viel Sorgen. Ich mach mir übelst viel Sorgen. Ich mach mir so viel Sorgen, dass ich sogar Bauchschmerzen davon bekomme. Ne, da war gerade einer, aber das ist Tilted und ich will Tilted vermeiden. Ne, aber noch mal zur Zone. Okay, okay, dann geht's noch. Ich hoffe nur morgen, dass ich nichts Schlimmes reißen. Das ist einfach so putzen und dann ist gut. Ich geh mal hier hoch. Das schlägt ja auch auf seine mentale Gewinnheit, also. Das muss ich ja nie wieder, wenn ich so eine Schmerz hat. Ja, natürlich. Das will ich nicht mehr hoch. Aber du dachtest, der hat auch noch zu viele Gedanken gemacht und dann schläfst du dich auch mit anbrennen. Ja, ich weiß, aber trotzdem, weißt du, du bist trotzdem mein bester Freund, weißt du. Nee. Okay, ich mach nicht mal eine Frischierung. Verweiß es auch. Ich hätte auch Angst von morgen, also muss ich sagen. Ich hab sowieso schon echt Angst von Sana. Ja, aber ich... Bin vor hinten. Wo? Kriegst du den? Nee. Ich komm. Bitch, bleib hier. Da hat mich mal fehlt der schon was. Hab sie. Ich hab' sie. Alleine auf uns loszulegen. So. Wir haben auch keinen Schaden bekommen. Aber sie ist nicht sofort geklappt. Oh mein Gott. Oh no, ich hab' sie. Ja komm, da noch. Gibt's gehört? Wo? Hier? Wo? 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 Alles nachladen, Jana? Bleibt im Laufen. Alles schön nachgeladen ist? Ich bin so nicht so. Oh, blöde. Die wird sich jetzt so aufregen. Ja, das war nicht so. Aber ihre Teammate kann man gerade haben. Warte, bleib bei mir. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Bleib mal hier. Okay, kriegst du ihn? Nee. Bleib an dich. Oh. Durchlöcher auf hier. Ich hab gesehen, ich hab nur umgekehrt. Was auch, dass da nicht einer drin ist. Ja, nein, hier sind Schritte. Pausen? Ja. Aber wo? Nein, nicht stehen bleiben. Hüpfen, 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 hüpfen. Hüpfen. Die Schritte sind weg. Da ist hier irgendwas. Da ist hier irgendwas. Da steckt sich bestimmt. Oh. Na ja, ist nur zu. Nein, hier kommt ein Hoverboot. Hier kommt ein Hoverboot. Nein. Nein. Ich brauch gerade noch einen Hoverboot. Meine Sniper bringt mir nichts hier unten. Hier, bei mir. Bei mir. Wohin. Noch einer? Noch einer? Ich bin tot. Ich bin hinter dir. Und halber schrecklich damit. Weiter macht. Wow. Das wäre aber auch so voll. Ich hab mir jetzt zurücklehnt. Ich muss sie anbauen. Guck mal ganz schnell. Mit Glück, mit Glück. Oder ich werde jetzt weggefasst. Jana, es sind nur noch ich und einer. Ich und der. Oh mein Gott. Ich versuch's. Aber ich glaub nicht, dass es reicht. Nein. 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 Doch, 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 doch. Ich zieh durch, ich zieh durch. Oh mein Gott. Ja. Nein. Jetzt hat er mich. Ah. Und ich hab noch ne Bierstohle. Ich hab noch ne Bierstohle. Oh, wenn du sie ablenkst. Oh. Ich hab vielleicht noch ne Chance. Scheiße. Ich hab gar kein Blue Life. Wo sind die? Oh, das ist das gefunden. Da soll ich nicht. Und der andere kann ich schon. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht, ob sie mir das jetzt drin. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal, komm mal, wir jetzt spielen. Seh sie da? Ja. Die haben dieselbe, was sie ist. Na! Doch, da. Doch, da. Nein, krieg ich nicht hin, krieg ich nicht hin, krieg ich nicht hin, krieg ich nicht hin. Nein, guck. Mann! Was ist so gut? Bitter. Bitter, bitter. Der zweite Platz. Okay. Bereits? Ja. Abgedrückt. Was? Was? Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Zur Zeit habe ich... Zur Zeit, dass es ihm besser geht. Okay. Okay. So schade, das Ganze, das Ganze zwischen ihm und mir bricht jeden Tag mehr, ne? Warum? Das geht einfach nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr so... Keine Ahnung, das ist nicht mehr so wie am Anfang. Das ist nicht mehr da. Das geht so jetzt, was ich gesagt habe, dass es besser ist, am Anfang langsam zu machen. Das ist halt scheiße. Gehen wir da hin? Das heißt, Beko ist auch jetzt zu Hause die ganze Woche. Ja. Kann ich den Computer denn so bestellen? Also ist er... Ja, der ist so gut. Ich glaube, ich nehme ihn auch in weiß, so wie du sagst, weil ich habe in einem Jahr hier schon in schwarz stehen. Aber weiß kann ich auch schöner wie schwarz, muss ich sagen. Mal, ich kann ihn da mal schicken, dann kannst du ihn dir ansehen. Also ich habe ihn am Anfang geguckt und da meinte ich so, hm, weiß hat schon was, aber ich habe Angst, dass das, ähm, wenn, weißt du, dass, ähm, diese schwarzen Schlirren, dass man die draus sieht, weißt du, wenn du mal dagegen kommst oder so und dann... Also ich habe das Ding auf dem Tisch stehen, also da kann nichts drin kommen und aus... Ja, aber bei mir steht es auf dem Boden, auf so einem kleinen Rolli, weißt du? So einen PC stellst du nicht auf den Boden. Ja, ich habe ja nur den anderen da stehen, von Wifi, weißt du, den hier kann ich ja, kann ich ja hier... Bist du bei mir? Bist du bei mir? Ja, ich stehe hier neben dir. Okay. Nein, das bin ich ich, Jana. Ich habe gefragt, ob du da bist. Ja, ich bin ja auch da, aber da ist noch einer da. Oh, kaputt. Oh. Kim, der ist ein Gegner, das ist nicht Kim. Nee, aber ich stehe, ich stehe nie neben Jana. Und ich dachte so, hä, was macht Jana da? Guck mich so, das war gar nicht Jana. Ich stand halt echt neben ihr. Hier ist noch ein Busch, wenn du willst. Das ist auch nur Wasser, ich hab gar nichts. Außerdem krank. Äh, warte hier. Nimm die. Dann hast du wenigstens eine. Aber du musst nichts im Haus, das kann doch gar nicht sein, oder? Jetzt noch, noch eine Jana. Jana, 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 Jana. Ich fange. Ich stürme, ich stürme. Oh mein Gott, der hat den Sniper auf mich geschossen. Er ist die zu den Busch. Raubst du, er streichelt dich mit der Sniper? Der Rapp, der stand so vor mir. Voller Schuss ins Gesicht. Halbes Leben weg. Ich geh am Samstag endlich meine Nägel machen. Ich freu mich. Ich geh jetzt mal eine rauchen. Ich geh jetzt mal eine rauchen. Ich geh jetzt mal eine rauchen. Mit Gelder raus? Ja, ja. Ich mach dir immer. Ich will sie so rot machen, weißt du? Und dann so Tropfen von oben, die so rot, so wie schmelzender Schnee, so ein bisschen. Und dann aber im Rot, ähm, ein Chrom, dass das so glänzt. Okay. Ja, das ist schön. Aber das lohnt sich bei mir nicht. Oh, ich hab eine Arbeitskollegin gekriegt zur Hilfsarbeiterin, die kommt aus dem Umgang, dass sie kapiert hat, dass man bei uns keine Gelnägel tragen darf soll. Das ist ja auch dumm. Ähm, warum darf ich das nicht tragen? Ich hab das immer getragen. Ja, aber du bist in der Bäckerei. Du arbeitest mit Teig. Ähm, wenn da irgendwas abspült, dann. Ja. Obwohl, ich hab auch schon, also es soll jetzt nicht eklig klingen, aber ich hab auch schon echt oft davon, äh, gebrochen und als Versehen gegessen, also, äh, du stirbst jetzt nicht davon. Nein, aber ich mein, ähm. Ja, es ist nicht gerade hygienisch für die Kunden. Wenn das, wenn das ein Pipe mehr ist und ein Proton und dann kriegt das ein anderer Kondom und dann. Ja, es ist nicht so hygienisch. Ja, deswegen nicht. Ich hab ein Büro, eine Büroarbeit da. Da geht's nicht. Ich muss nur halt auf, dass sie nicht zu lang sind. Ja, und ich bin nicht verabredet. Da ist einer. Äh, da hinten, Entschuldigung, in der. Ja, wie gesagt, ich hab, ich hab damals eigentlich damit angefangen, weil ich hatte keine Nägel. Ich hab die, ähm, so abgefuttert. Ich hatte keine Nägel. Und da meinte eine Mama von einem Kumpel von mir, so, ja, ich mach Nägel, ich mach sie dir umsonst, wenn du willst. Ich so, okay, gerne. Bin ich da hingegangen. Sie hat mir die echt umsonst gemacht. Voll sauber, voll hübsch. Und, ähm, dann bin ich immer wieder zu ihr gegangen. Ja, bis sie halt umgezogen ist. Was kommt noch an? Warte ich noch, immer weg. Wo? Bei dir? Ah ja. Was macht sie denn? Wem schießt sie in den Baum? Was war das denn? Da ist ein Name. Ich weiß nicht, was sie macht. Sie hat mich auch in der Tat alles verspickt, Alter. In dem Berg. Ah ja, ist das. Sie hat den Baum kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Sie hat den Baum kaputt gemacht. Guten Tag. Nee, ich bin halt, ähm, dafür, dass ich es eigentlich nur immer im Oma benutzt oder tragen kann, ist es einfach zu teuer. Das ist schon, ich mache mir nicht mal Nagellack am Leisdacken. Ja, aber Nagellacken läuft eher ab, ne? Aber es hängt auch davon ab, ob du zum Beispiel den Gel, also das Gel verträgst, ob deine Nägel das vertragst. Und ob die überhaupt draufbleiben, zum Beispiel, ich vertrag fast jedes Dingens, aber meine beste Freundin, die hat einen ultra krassen Pilz davon bekommen, ne? Und das war wirklich ekelhaft. Das ist echt. Und da bist du ein paar Jahre dabei, ne? Ja, natürlich, klar. Das ist auch so, ne? Komm, komm, hier sind welche. Hier können wir mit, wir sind alle im Wasser. Alle im Wasser, die können wir alle nehmen. Einer? Noch einer? Hab ihn? Hast du noch einer im Wasser? Mann. Ne, lass mich mal nachladen, Schwester. Dann ein Schuss und du bist weg. Jana, mach dich jetzt weg. Ah, ne, scheiße, Jana hat er mir. Okay, geklaut. So, pass auf, wenn du ins Wasser gehst, weil dann bist du mega einfache Beute. Weißt du, mit Schmutz? Früher war das nicht so, da konnte man, wir konnten schwimmen im Wasser. Ja. Ja, aber es ist nur jetzt, weil wir die OG-Maps haben, aber wenn die OG-Maps wieder weg sind, weißt du dann, äh... Wie gesagt, ich bin eigentlich echt nur den Battle Pass fertig bekommen. Ich seh' Schüsse von da. Da? Äh... Da ist jemand im Wasser? Da sind ein paar im Wasser? Da? Mann, das ist komisch. Ich versuch mal, von hier hinten zu treffen. Mann, hier komme ich nicht dran, ne? Nein, komm, wir gehen drum. Oder können wir hier in die Mitte? Hier, finanz. Wir müssen halt von allen Seiten jetzt aufpassen. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Laden, lad deine Waffen. Ich hab halt nur noch vier Sniper-Schüsse. Okay, also wir müssen spät. Nein, es sind noch ein, zwei Stück. Können wir uns noch holen. Okay, der eine ist fast weg. Der rechte ist fast weg. Der rechte ist weg. Wow, Jana! Probiin! Probiin! Wir müssen hinbekommen. So, ich will schon ins Wasser. Nein, wir wollen nicht ins Wasser. Wir gehen zurück. Wir laufen zurück. Ah, hier, 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 sofort vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Okay. Ruck nicht hin. Er ist weg. Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Echt? Von, von zwei Meter? Oder? Oder? Die Leute wissen auch nicht, wer was ein Sniper-Priker sagt. Okay, okay. Der war nicht allein, glaube ich. Ich will, ich, ich, ich habe alles ins Wasser zu gehen. Das ist mein Problem. Das ist echt gefährlich. Das ist mein Problem. Die, das ist mein Schiff, die da sind ja nicht. Ich habe alles ins Wasser zu machen. Ich habe nur ein Schiff. Ich habe auch einen Schiff. Das ist eine Schiff. Ich habe auch einen Schiff. Da ist jemand in der Bubbel. Mit einem Schuss. Jetzt geht er wieder in seine Bubbel rein. Ist der alleine? Er will seine Bubbel haben. Guck, guck, er versucht in seine Bubbel zu tun. Nein, er snipert. Ich kann auch sein Bubbel. Ah, scheiße. Ah, oben, Jana, rechts von uns. Oh, 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 oh. Zieh dich weg, zieh dich weg. Ah, scheiße. Ah. Oh, Mann, die sind zu zweit. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, oh, 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 oh. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. aber du kannst und ich muss nur gucken wie ich hab so viel Spiele im Moment der Spieltag mit euch und man hat mich eigentlich nur und und das spiel ich gar nicht wenn ich morgen spiele und nach vorne kommen dann spiele ich mir jetzt ins vorgeheirkt aber ich habe schon gedacht da waren wir irgendwas anders ist wie vor ein paar wochen man merkt das aber auch die bindung zwischen uns man merkt dass es anders ist ich versuche es halt nur vor allem weil er hat schmerzen weißt du ich kann es verstehen ich meine gut schmerzen ist das eine dinge aber du kannst du nicht alles hinten ran stellen nur weil du schmerzen hast weißt du ich meine ich meine wenn du dich jemanden interessierst dann soll das eigentlich von dem nachfall geraten ich bin mir nicht mal sicher ob 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 es noch so ist bei ihm keine ahnung ich habe aber auch keine ahnung ich habe aber auch keine ahnung das ist wie ich gerade vor über gavi geredet habe ich würde dann einfach irgendwann nicht mehr hinterher greifen finde ich sogar er kommt dann von selber oder wie gesagt man kann auch nur äh dann ist halt ein guter freund was ich mein ja aber für mich ist er halt kein also nicht mehr ein guter freund wird er auch nie sein das ist halt das problem ich weiß nicht wie es bei ihm ist keine ahnung ich will ihn jetzt auch nicht mit so was unnötigen nerven ja aber du musst dann auch gucken dass es irgendwann auch mir macht es schon sehr viel aus also das ist irgendwann halt auch auf gegenseitigkeit gerufen wir haben halt wir haben miteinander darüber geredet vor ich weiß nicht wann letzte woche zwei wochen aber ja wie gesagt ich habe und ich will nicht noch ein problem von ihm sein weißt du ja oh wo oh Vater? Ja? Ja, nicht. Und ich denke halt auch, wenn man sagt, schauen, dass man irgendwas los lässt, das sagt sich halt immer einfach über mich in der Situation nicht. Und ich hab recht nicht, weil ich war auch mit Kai und so. Ja. Okay. Zeit gibt es so... Scheiße. Hm. Ja. Ich weiß ja auch, dass er nicht mag und dass er nicht mehr hat er mal gesagt. Ob das immer so ist, weiß ich halt nicht. Ja. Das sind so Sachen, die, die... Ach, keine Ahnung. Also wenn du es nicht gesagt bekommst, dann zweifelst du halt. Momentan zweifelst du es sehr, sehr, sehr. Ja. Das Gespräch hatte ich auch mit Kai. Weißt du, man muss nicht jeden Tag sagen, dass man sich liebt. Aber so... oder nicht mehr mal vom Tag, aber so einmal am Tag oder so. Ja. Weiß nicht. Momentan geht es halt frendlich von mir aus und das... das macht mich, ähm, sehr müde. Ja, aber das sollte es halt auch nicht laufen gehen. Wie gesagt, er sagt es immer zurück. Du hast nicht das Problem, weißt du, aber... Aber von selber? Mhm. Mhm. Er ist auf Kälte. Aber wie gesagt, ich denke, es sind echt die Schmerzen einfach, wenn... Ich glaube ihm, dass er so schlimme Schmerzen hat. Wie gesagt, ich glaube ihm das wirklich. Mhm. Und Schmerzen können einen Menschen echt, echt kaputt machen, weißt du? Ja, natürlich. Ja. Deswegen... Keine Ahnung. Und wie gesagt, man soll das halt auf den Schmerzen nicht ganz vergessen. Hey, da ist noch jemand. Das sind halt Agraten. Ja, das ist auch ein bisschen doof mit dem Stream, weißt du. Ich hab jetzt wochenlang nicht gestreamt. Weil ich jeden Abend aber mit ihm verbringen wollte. Ja, vielleicht solltest du so böse wie es klingt, aber vielleicht sollte ich einfach mal wieder ein bisschen mehr nach dir gucken und ein bisschen minimal mehr auf der Seite liegen lassen. Weißt du, wie ich mein? Ohne das jetzt ist zu meinem Schmerzfall, war keine Frage, aber... Ich muss auch ein bisschen nach dir gucken. Ich denke das auch. Aber ich will ihm das momentan nicht antun. Weißt du, weil er hat... Wenn ich ihn heute nicht gezwungen hätte zum Zahnarzt zu gehen, wäre er nicht gegangen. Ähm... Okay, nochmal gesagt, aber ich möchte nicht, dass irgendwie... Wenn ich... Nochmal, wenn ich irgendwas zu dir sage, und äh... Das ist kein Angriff, oder ich möchte dann auch nicht, dass du einfach sagst, okay, und deine eigene Meinung, wenn das mit deiner Meinung entspricht, dann musst du mir das halt sagen. Mhm. Aber ähm... Ich sag dir, er kenne ich halt auch. Erwachsene... Ich weiß... Es ist ein erwachsener Mann, und wenn er... Ich weiß... Und wenn er nicht selber das machen will, dann... Sorry. Ich weiß... Aber guck, heute Morgen war so eine Situation. Ich meinte so, ja, du musst zum Arzt. Ne? Du musst echt zum Arzt. Und weißt du, was seine Antwort war? Ja, ich muss warten, bis meine Mutter da ist. Da meintest du dir, was hat deine Mutter denn damit zu tun? Er kommt abends auch schon hin, oder? Nein, es war nicht das, äh... Wahrscheinlich wollte ich alles mit seiner Mann bereden. Ich hab keinen Plan. Ich meinte so, Junge, du musst zum Arzt. Das ist... Das ist... Ne... Ne, ich... Das hat mich echt ein bisschen schockiert, ne? Da dachte ich so, warum machst du das mit deiner Mann? Ich hab ja auch ein bisschen wie die Mama-Funktion, glaub ich, eingenommen. Pass auf, du läufst und zählt das rein, ne? Kann man nicht ganz schön beilaufen? Doch, können wir. Okay? Ja. Ja, und... Das ist ja nicht schlimm, wenn du das machst. Aber du darfst es halt nicht übertreiben. Ja, aber... Weil... Weil... Wenn du es übertreibst, schreckt ihn vielleicht auch irgendwann genau das zurück. Weißt du, wie ich mach? Mhm. Das kenn ich von meinem Freundeskreis. Ich hatte... Ich hatte eine, äh... gute Freundin. Und seit sie mit meinem Arbeitskollegen zusammen ist, ist sie wie ne Mutter. Mhm. Sie sagt ihm, was sie an... Was er anzieht. Was er macht. Wohin er geht. Dass er zum Arzt geht. Dass er weniger Bier trinken soll. Dass er weniger rauchen soll. Weißt du, wie ich mein? Mhm. Und dann sagt er grad zu mir, ja, na, dann hab ich halt auch. Und dann kein Bock mehr drauf. Sag ich, ja. Hobi. Hast du recht? Ja. Und davon musst du halt aufpassen. Sorry noch mal wegen dem Satz. Es tut mir leid. Den ersten Satz, den wollte ich eigentlich gar nicht. Was für den ersten Satz? Satz. Abo. Ah! Ich wollte eigentlich nur... Ich wollte eigentlich nur Gabi einen Satz geben. Ah, ups. Ich wusste, und ich wusste aber nicht, dass wenn ich jemand einem schenken möchte, dass ich auch den Namen drauf finden muss. Noch? Wenn du einen bestimmten, ja. Also hab ich ihn überhaupt gekauft, dann hab ich ihn gesehen und dachte, scheiße. Und dann hab ich noch mal drauf gedacht. Ich bin grad so glücklich, weil ehrlich gesagt, ich war mir nicht sicher, ob ich streamen soll, weil ich nicht wusste, ob überhaupt jemand noch in meinen Stream kommt. Und dass ich dann zehn, über zehn Leute hab, das war so... Das Einzige, was mir... Pass auf, das fällt schon. Das Einzige, was mir ein bisschen die Laune versaut hat, war eben... Hm? Du weißt ja. Du weißt ja, weil er war im Discord und er war einfach nur schlecht gelaunt. Und das hat man halt gemerkt. Hallo, wenn man uns hört, dann kommen die neue Beine nicht in den Stream. Ich glaub, er ist einer. Ich glaub, er ist einer. Ist er dumm? Mach den weg. Da. Oh mein Gott. Oh Gott. Jana, pass auf, er hat ne Ding ins. Du kriegst ihn, du kriegst ihn. Er hat ne Granatenwerfer. Ja, Mann. Diese Huren sind. Nee, deswegen war ich ein bisschen schlecht gelaunt, weil weißt du, ich... 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 Ich liebe es, wenn er dabei ist. Weißt du? Aber... Das hat mir ein bisschen so die Laune verschützt. Aber danach ging es. Also ich hab... Er hat nicht viel geredet und... Keine Ahnung. Äh, nimm den genau. Ja, nimm den. Oh. Ja, nimm den. Oh. Deswegen, wie gesagt, wenn du... Mal gesalber oder so touchen willst. Auch wenn... Wenn's mal mittags ist oder so, rufe ich einfach an. Hm. Danke. Für dich werd ich gerne mal machen. Ich würd halt gerne mal mit ihnen reden, aber... Ja. Das hier ist ne gute Waffe zum Beispiel. Die kann ich dir jetzt nicht machen. Ja, gell. Ähm. Ja. Ich warte jetzt mal ab. Momentan braucht er mich halt, glaub ich, eher als beste Freundin. Dann... Machen wir das. Machen wir das. Müssen wir gucken. Das ist so voll scheiße, weil... Weil er ist nicht da und... Und... Und er fehlt mir, weißt du? Er fehlt mir... Er fehlt mir Körper. Ja. Pass auf, du bist alleine, ne? Das ist wirklich... Was mir fehlt. Was mir fehlt. Er weiß das auch, aber er sieht das, glaub ich, nicht so wie ich. Ich bin wieder da. Okay. Das ist ein... Ich mach nur auf das Paket, das mal raus. Und mein höchsten, da ist okay, aber immer... Immer nachgeladen. Hast du alles nachgeladen? Oh. Ich musste das auch lernen, dieses Blöe nachgeladen. Guck mal, ob ich irgendwie Blue Light nicht mehr finde, irgendwie. Ja. Ja. Halt weg. Ah, hier hab ich ein bisschen mehr. Guck mal auf. Ja, die hab ich schon. Danke. Traurig ein Geräuschen. Nein, nur kleine Mann. Witz. Oh, und den Tone. Ja, ich komm. Oh, andere Seite. Was ist dieser Komet? Der soll Lärm macht. Mein Gott. Ich glaub, ich muss mich irgendwann auch mal beim Arzt durchtesten lassen. Ja, mach das. Also ehrlich, deine Arbeit wird dir nicht danken. Und die werden dir noch weniger danken. Oh, die sind schwäschig. Und die Arbeit wird dir noch weniger danken, wenn du, äh, die anderen noch ansteckst. Ich mein, jetzt abgesehen vom, vom Schnupfen. Aber meine Eltern, die haben beide, ähm, Multiple Slerosa. Oh, scheiße. Okay. Diese, äh, Nervenkrankheit. Ja, ja, ich weiß. Und das ist schwer für Erdbar, glaub ich. Es ist gar kein Bock dran, ja. Hast du dich noch nie testen gelassen? Nee. Ich hab nur mit den Nerven, dann dachte ich, okay. Okay. Ja, vielleicht hast du, ähm, ich kann ja auch sagen. Ja, was ist denn gut so? Bei mir ist Demenz in der Familie, ist auch cool. Demenz ist halt schon manchmal auch. Ich hab eigentlich Angst manchmal bei meinem Papa, wenn er was vergisst, denk ich immer so, scheiße. Fängt's jetzt schon an? Ja. Alter, dieser Komet sieht ja echt besser aus. Wer war, bist du Samstag dabei? Bei was? Fortnite-Event. Eminem. Ja, können wir machen. Marcel ist dabei. Kennen wir nichts, aber weiß ich jetzt nicht. Müssen wir gucken. Weil ich weiß jetzt echt nicht, je nachdem wie das morgen ausgeht. Ich hab echt Angst, dass es nicht gut ausgeht. Weiß ich nicht, ob er dabei ist. Ich muss auch sagen, heute morgen Jana, er ist zum Arzt gegangen. Ich war ja auch beim Arzt. Er ist zum Arzt gegangen. Er ist aus der Tür vom Arzthaus und hat mir sofort angerufen. Okay. Weißt du, danach, da ist er in die Apotheke gegangen. Dann meinte er, ich mach's wieder an nach der Apotheke. Dann meinte ich, okay. Dann hat er mir wieder angerufen. Meinte er so, ja, ich setz mich jetzt an den PC. Meinte ich, ich guck mal ein bisschen fern. Und, und, und. Er wollte halt, dass ich, weißt du, er hat Angst. Ich hätte auch Angst. Ja, kann auch. Ich will auch nicht gerne was. Und, ja. Das ist ein Frauenarzt. Mein Frauenarzt ist der süßeste Mensch der Welt. Der süßeste Mensch, ne. Er ist richtig, so richtig ein knudeliger Bär. Aber, wenn ich zum Frauenarzt muss, ich, ich, ich sterb 100 Tode. Ich hab so, so ne Angst vom Frauenarzt. Das kannst du dir gar nicht verschen. Weißt du was? Sie fasst ja am Frauenarzt. Was? Der Absprich. Und wir, wenn sie am Ende war, wir melden uns fast. Ja. Wow. Ja, aber ich hab das immer. Weil, er macht immer so einen Absprich. Ne. Und dann kriegt ein Brief. Nach zwei, drei Wochen. Und da steht dann weder drauf, ist es alles normal, oder sie will uns miteinander reden. Ich hab immer Angst, wenn ich da liege, und er guckt, denk ich immer, jetzt sagt er mir, sie sind schwanger. Ich fall vom Stuhl. Ich sterbe. Ja. Ja. Aber Gott, er hat mich. Pass auf, du musst springen. Sie schneiden. Hüpfen und her. Sei kein, kein stehendes Ziel. Sei kein Stein, beweg dich. Ja, aber Beppo, das ist so, oder? Ja, natürlich, natürlich ist das richtig. Also, stehen bleibt, sind die so... In jedem... In jedem Shooter sollst du dich immer bewegen. Nie stehen bleiben. Ja, die Sache ist, die Sache ist... Guck, Jana hat das nie erklärt bekommen, ne? Das einzige, was Marcel macht, ist die Anstrengung. Thomas, alles falsch. Ja, genau. Und es ist normal, dass sie dann keinen Bock mehr hat. Ja, wegen dir haben wir verloren, du bist scheiße. Nein, aber letztens bei DBD hat er... Er hat sich angestellt. Ich bin ehrlich zu dir, deswegen habe ich auch gar keinen Bock mehr an dem Tag. Deswegen bin ich verlaufen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich habe gar keinen Bock mehr. Es ist, es macht überhaupt... Pass auf, Jana. Pass auf, springen. Hüpfen. 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 Ähm... Es sind noch wir, ein Einzelner... Wer ist denn, wir und einer, Jana? Nein. Es sind drei Teams. Das heißt, das andere sind zwei Einzelspieler. Wir sind die beiden... Jana, Jana! Rechts! Uh! Ne, er steht auf deiner Seite. Ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht. Was, Junge? Ah, nein! Scheiße! Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Ich kriege ihn nicht. Okay, egal, egal. Wir sind hier. Nein! Wir sind hier, hier! Wir müssen hier, wir müssen hier! Wir sind hier! Da! Da! da du willst du willst oder eine banane jungen sie lenken uns ab sie lenken uns ab sie lenken uns ab was hast du hast du jetzt weg ja jetzt ist es noch einer ok er kriegt das hin ja nach waffen level springen jetzt mit einem wipfel springen sehen 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 habe ich komm komm du kriegst du kriegst ihn bitte ja erst noch erst noch komm 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 süße komm nein wie der kommt da in der ecke gewonnen geht doch siehste jana hält man den finger oben wird man dich loben jana es ist halt immer lobby geh mal lobby es ist wirklich hüpfen hüpfen ducken waffen laden springen immer bewegung ja du musst immer bewegen jana sie ist halt h sieg sieg triumph du hast den einen gut abgelenkt dadurch kann sich die banane totmachen und den anderen die banane totmachen willst du noch einmal ein level dann bin ich fertig die junge hör auf dazu kämpfe du schritt hat die banane echt gut abgelenkt ne dadurch konnte äh ne die andere dadurch konnte die banane kaputt machen und die jana hat die andere losgeschmissen ja ja man muss die menschen auch mal leben ich hab aber letztens noch mal geredet und ich meinte ähm anstatt dass du die menschen anbringst ähm ja weil das hat mir echt die Farbe geborgen und ich mag mausgänger aber das ist echt und auch im dvd und ja deswegen habe ich mich ja eingeschaltet und dir gesagt dass du vorkst du nehmen sollst und da hat er ja auch gemeint meine vorkstern scheiße was idiotisch ist weil neck ist mein main charakter und ich weiß schon wie man neck spielt oh man das ist gut glaub ich ich find dir äh diesen wie heißen die chumachub sender diesen der hat sich teil beschwert bei amazon ist jetzt im gegen magazin weg guck mal was ich mir beschwert hab oh god viel spaß ich weiß nicht wie ich glaub er hat viele wie zu sehr dumm geschnitten oder nicht ich glaub er hat keine lassen gegessen alles sei mir nichts und messen und mir glaub ich hab mich nicht nehmen ja ich geh raus ihr seht jetzt ich bin ein bisschen im deutsch ich bin immer noch auf dem repos der eine fette laktoseintoleranz hat und ist lecker ich hoffe dass ich mein handygeil dagegen stellen kann auch ein kontroller hat vor einer stunde gesagt er wäre fast leer ist immer noch nicht mehr ich bin nicht sicher ich bin nicht für euch ok waffe 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 oh wie war es denn? waffe 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 So, ganz im Ernst, ich finde bei Call of Duty, du hast ja die Missionen, die werden manchmal so animiert angezeigt, dass sie von links nach rechts laufen. Ja. Die Teile laufen täuschtweise viel zu schnell, um zu lesen. Mhm, mhm. Als würdest du das so mit Megaspied lesen. Die Leute, die Leute haben sich auch ultra krass beschwert, dass anscheinend die Server heute Mittag abgestürzt sind und alle haben ihre Dinger verloren bei Zombie. Alle, die bei Zombie-Modus waren, haben alles verloren, was sie erspielt haben. Ja. Und ich will eigentlich Zombie spielen. Bruder. Warte, ich muss den kurz wegmachen. Ja, ja. Die MCW ist... Oha, wie cool. Jana, das ist noch einer. Oha. Das stürzt. Jana hat ihn von hinten weggemacht. Ah, alle. Der kommt gar nicht... Der kommt gar nicht so schnell gucken, Mann. Wow. Oho. Der war so hoch, ey. Oho. Oh, mein Gott. Der war komplett überfordert. Oh, ich muss kurz. Ich hab' mir Schmutzwaffen. Ich glaub' mir alles nach. Ja. Oder? Wir hören dich, ja, ja. Wir hören dich. Jo. Okay. So. Ja, ja, Kai hat es sich auch überlegt, aber, äh, COD wieder spielen, so. Aber du musstest ja kaufen, ne? Äh, ja, du kannst aber Warzone, ne? Party spielen, Beppo. Ja. Und, noch was. Ja, also, du kriegst es, äh, zum Beispiel, wenn du auf Salvas Seite gehst, da kriegst du das Spiel, ähm, für... Wie war das nochmal? Ich glaub' 61 Euro, anstatt von, äh, 80. Auf Kingwind kriegst du das auch billiger, mittlerweile, da kriegst du die Basic-Version für um die 40 Euro. Ja, dann soll er da, er soll nicht im Playstation-Store kaufen, er soll auf so einer Seite, dann spart er fast 40 über 20 Euro. Ja, weil er meinte halt einfach, äh, dass er findet, dass nicht das Geld mehr lohnt, für das, was, was man dafür bekommt. Na, Kevin meinte das auch. Aber ich hab' ihm das Spiel gekauft. Ich werd' ihm, äh, Avatar kaufen. Ja. Ich hab' überlegt, Salva das zu kaufen, weil er will das unbedingt spielen. Die Sache ist ja, ich hab' die Suss-Halvas Weihnachtsgeschenk schon. Ja. Also wir haben das jetzt in Weihnachtsgeschenk umgebracht. Eigentlich war's einfach nur so, aber wir haben jetzt gesagt, das wär' das Weihnachtsgeschenk. Und was geht's? Ähm, die Decke, die Decke von One Piece, die ich dir gezeigt habe. Ah, stimmt, da hast du mir gezeigt. Ja, richtig. Und, ähm, Pam Pam von Pokémon. Stimmt. 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 Ja, weil Avatar ist halt schon, ähm, ja. Schon cool, aber... Ich glaub', es ist wieder so'n Zuguckspiel für mich. So nenn' ich es immer. Mhm. Das Spiel an dem ich gucken kann. Ich hoffe, das was ich echt hoffe, ist, dass die Musik von Avatar drin ist. Mhm. Weil ich, ich hör' die Musik echt oft, ähm, einfach nur so während dem Bücher schreiben und so. Aber da waren auch mal beide Filme richtig gut, fand' ich. Ich fand den ersten besser, weil im Ernst, ersten haben wir halt das Ganze kennengelernt, weißt du? Im zweiten war's einfach schon so... Hm? Es ist halt da, ja. Genau. Und wo der eine denn da... Oh. Den kann ich bis vor übernehmen? Äh, du musst es auf den Boden schmeißen, da wo du grad stehst. Ja. Ja. Dann kriegst du es ab. Komm, ich nimm den noch mit. Komm, ich nimm den noch mit. Ja. 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 Warte, 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 warte. Ich mach's hier. Guck. Danke. Ah, tiltet, ja? Tiltet. Tiltet. Yay. Komm, wir umrunden tiltet. Ich bin nicht so scharf, da auf der Hand zu gehen. Ah, tiltet, ja? Tiltet. 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 Natürlich die Woche 4, Hauptmissionen mit Pfaffen, wo ich noch gar nicht gelevelt habe. Hat wie ein Glück mit dem Wahl. Ja, stummgewehr an Kampfgewehre. Ich hab Schüsse, ich hab Schüsse und so. Da kann man stehen, oder? werden und auch mit der insel als die zeichnen ich nicht gut ich hab noch dreimal eine stunde doppel nichts ich will den bürger konnte kaufen java wohnung obfus schütte sich die konzert die kaufen gepflegt man schon ob ging wie noch auf im 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 sehr cool ich will die mit die Ex-Sage nicht mehr und er hätte er zu ergriffen und T-Shirt-Boppel geblieben mit mit der abworte kurze Kulte einfach aufhören mit der Türkei ein Kutschberg aber nicht ich weiß es nicht ich gucke nur noch genau auf es muss er wo man nicht das ist der Bürgerkings Kind dabei sind auch und das ist von Anfang an die Studie in Frankreich und er meinten sie kriegst es nur in Bürgerkings in Frankreich da hören an die Wand also die Watt Kranz das ist der Bürgerkrieg ja genau ich bin auch ein Zettel nur noch schon den nächsten Wieso vertraue ich einem T-Mate hinter und halte mein Schuss hätte nämlich noch links wieder fast du bist du Mädchen gut jetzt macht sie es noch mal ich krieg sie jedes Mal ins Gesicht rein jetzt hüpft sie sie ist wieder oben ist es Laura oder ich weiß nicht wie sie aussieht recht mein Gott was was ich könnte ein Pfeil fallen ah sie kommt hierher ok komm ha 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 irgendwie war jetzt ohne Witz wenn du das jetzt nicht zu sehen wissen was für ein Gameplay des Todes keine Gnade die Handel hier hin und her ich knall sie ab sie heilt sich ich knall sie ab sie heilt sich sie kommt hier her und wird abgeknallt was hat die andere verwartet was hat die andere verwartet was hat die andere verwartet dumm viele Menschen sind einfach nur keine Ahnung keine Taktik oder bist du dumm da ja 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 hinterm Haus einer auf meinem Kornel noch nach oben aber ich das klingt gar nichts ah sie hat auch das halb an ich habe mich gefällt kann es sein das zu dumm du bist alter sie hat sich eine Sekunde zu früh bewegt ich weiß doch wo du bist du hin sie ist halt mein licht genau so wie ich hier ist 20 schuss ich kann noch einen kleinen positionswechsel die erste Punkt hinter mir und man kann das ja auch nicht sagen nicht so wie Marcel. Du bist scheiße. Mach jetzt deine Kopf aus, mach! Ja, okay. Ich hab das das ganze Mal. Ich hätte nicht ne alte Lichter damals so mit mir geredet, als ich das hier angefangen hab. Ich glaub, ich hätte sofort aufgehört, aber Micha hat sich echt müde gegeben. Genau wie Nuno, genau wie Nuno mit Call of Duty. Ich bin einer zu dir, ich mein... Pass auf, Jana, jetzt müssen wir ein bisschen schlächen. Weiß ich noch ziemlich. In einem Betrieb, wo man einfach auf Einfachen überhören muss. Wackeln, wackeln. Wenn wir einem zu viel finden. Ja, in einem Betrieb versteh ich das noch, aber wir sind ja Freunde, hier. Wollte ich ja mal sagen. Das ist ja ein... ein Glück schon. Genau, und wenn ich dann höre, dass das jemand so mit dem anderen geht, der es akzeptiert... Nein. Ist das für Freunde? Ja, ja. Gerade die hatten wir nicht. Weiß ich nicht. Also als Freunde? Weiß ich. Jana, pass auf, rechts sind Schüssefunde. Ja. Ja, ich sehe sie, sie sind da. Warte, ich guck, ob wir uns einmischen sollen oder ob wir uns weghalten sollen. Ich glaube, wir können uns einmischen. Ja, ja. Ja, die rennen runter. Das ist irgendwie... Ich glaube, wir suchen den Hut. Okay, okay. Was ist das denn? Ah, scheiße. Geh in diese Richtung. Er ist in der Zone. Sie sind in der Zone. Scheiße. Feja. Uh. Ich hab' scheiße gemacht. Ich hab' ihn nicht getroffen. Komm. Halt' die im Auge rechts von uns. Ja. Ja, weil die wollen denn abknallen? Woh stated, wie wir sie wieder pictureieren können. Woh, aber ich hab' mir Bin gehabt. Nein. Oh, dein Ernst. Oh. Hab ich deine Karten nicht? Nein. Er will deine Kohle. Nein. Bruder, bist du so schnell hier? Nein, ich glaub nicht. Ich glaub nicht, dass du so schnell hier bist. Du machst mein Stützchen ganz hinten zu mir. Ja sicher, der nimmt mich mit der Snipe. Ich erschütte. Oh ja, oh Gott. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Aber ich. Oh ja, oh Gott. Ja, 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 ja. Aber ich. Ja, 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 ja. Oh ja, ja. Sein Kumpel ist unten. Ich habe mich jetzt noch gefahren, oder? Nein, Andere. Ich schnapp mir nur die lila Sniperer, dann sind wir gebundene Seite. Schon noch, Alter. So. Die kannst du auch als Sniperer benutzen. Pass auf, du stehst hier relativ mittig. Alter, ich habe fast kein Leben mehr. Es ist deine Waffe ja bis dahin. Alles gut. Oh fuck, ich brauche Leben. Ich habe kein Leben. Warte. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Okay. Ich komme. Ich komme. Ich habe keine Zeit für das. Oh Gott, Jan ist eine Maschine. Jana ist eine Maschine. Die lernt. Okay. Jana ist noch wir beide und ein anderes Team. Und es kann ganz gut sein, dass das Team von vorhin ist. Und sie sind sauer auf mich. Und warum sind die sauer? Verstehe ich nicht. Äh, nein, nein, nein. Gar nicht mehr, gar nicht mehr. So. Ich habe ihn da. Was? Hast du ihn? Siehst du ihn? Ja. 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 110er. Da hinterm Baum. Zack. Hüpf. Hüpf. Nein, Jana. Scheiße. Ich kann mit der Waffe mich hüpfen und schießen. Ich kann mich. Scheiße. Ich bin hier ran. Wird nix. Wird nix. Ja. Schade. Hi Pixel. Hi Pixel. Ja, es ist einfach. Hi Pixel. Warte. Wir sind in Weihnachtsstimmung. Wir trinken. Ack noch. Ack noch. So. Schade. Oh Gott. Effekt. Ja. 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 ich habe meine mom so anrufen wenn ich jetzt 3000 euro abhebe wird die bank dann irgendwie auf mich aufmerksam denken sie dann nicht bauen drogen ich habe so richtig das gesicht von meiner mom gesehen so ich hab in meinem leben noch nie so viel geld abgehoben aber meine oma geht immer in die klinik und die hat nur 15 minute durchgeklagt du warst so um sorry beim besten willen ich kann das nicht tun will ja das problem ist halt wenn ich das geld jetzt so kecht geben kann dann hab ich nicht meine meine kreditkarte bis ende dezember komplett blockiert weißt du meine mom meinte wenn sie dir anrufen und dich fragen was du gemacht hast dann hast du ja die rechnung vom pc ich habe Drogen gekauft das tut ich auch nichts um mich zu machen du meinst du 3.000 euro vom Dezember ja also also ich war da in Holland ich habe weißes Pulver gekauft ja die hat eine riesengroße bestellung bekommen ich habe mich damit gerechnet deswegen musste ich spontan nö wenn die sagt in welches pulver sagst du ja dieses pulver wo man sich die zähne putzt meine mutter hat mir geholfen meine mutter hat mir geholfen die sache ist je nachdem wer am Telefilm ist weiß ich wenn ich den ich kenne von meiner mom dann würde ich das halt auch echt bringen ne dann würde ich halt auch echt sagen geht noch geht noch ich hab ihn unter dir oder bei dir ich weiß es nicht ich hab mal einen weg gemacht unter dir ja da steht selbst die drei ob c ja na hier ist einer wo im hau ich weiß es nicht 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 hinter dir hinter mir ich glaube an wen ich kann ich weiß es nicht du hast nein du hast eine sniper genommen um nah zu schießen macht man doch so oder nein die stipe ist um weit zu schießen guck mal durch die waffe die zoomt ja weit mit dem fuß genau das ist um weit zu schießen nein damit du genau siehst wo du trist ja aber wenn niemand ihr die waffen erklärt kann sie sie auch nicht verstehen ich hab dasselbe nein oh bei mir komm ich glaube oh ah komm Jana ich glaub an mich auf den Gegner schießen komm näher komm näher er guckt auf mich dann kannst du schießen huh 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 konzentrier dich auf den Gegner da da ist noch einer hast du ah guck so eine waffe so die waffe oder die waffe einer der beiden ist immer gut dass du die im nahkampf hast die würde ich glaube auf deinen ersten Platz legen okay einer der beiden so wieder auf die zweite würde ich dann so eine legen ein Sturmgewehr also was das ist schwierig das lässt du liegen äh sowas sowas oder sowas würde ich auf den zweiten Platz liegen und auf die die zweite stecken genau warte ich nehme meine wieder und auf die ich nehme die auf erste Stelle und auf die dritte Stelle würde ich halt sowas oder die die du hast vorhin aber das ist ultraschwer damit hast du nur einen Schuss und dann musst du wieder nachladen ja das habe ich gemerkt vorhin und dann brauchst du so solche Munition und die findest du nicht gerade viel genau ich habe dich gerade überlegt ist das niemand der die Waffenmerk erklärt doch ich habe sie hast du auch so eine Waffe hast du die ja die dann wenn du so eine nicht hast dann ja die da habe ich die gleiche Munition das heißt die Waffe hast du nicht das heißt die Waffe hast du nicht oder hast du es wollten ok dann kannst du mir die die Munition guckst du eine rum äh ne dafür ich habe eine andere Waffe aber ich habe eine andere Waffe was ist das für eine Waffe was ist das für eine Waffe schmeiß die mal ich will mal kurz was denn was für eine Waffe man warte ein Granatwerfer ja ein Granatwerfer ist auch gefährlich aber wenn du damit spielen kannst ne mit also ich habe immer so eine Pumpgun hier sind Schüsse ah ja na hier ist jemand Pumpgun Pumpgun genau das hier ist auch eine Baba Waffe die kannst du genau und da ist noch einer im Restaurant guck da sind sogar ein paar mehr ich glaube an dich komm komm Herr Bepper das macht richtig viel Spaß hier das glaub ich dir ich bin hier nur ich bin hier echt nur oh kommt der mit dem Messer er kommt mit dem Messer das fühle ich auch und ich muss ehrlich sagen es macht sogar mehr Spaß wie grad voll ja weil man dir auch noch erklärt wenn man dir nix erklärt kannst du auch nichts wissen ja das ist gut dass ich da bin warte ich weiss wie ich mein ja deswegen ich hüpfe nur rum also wenn ihr wenn ich jetzt wirklich auf die Schnauze bekomme dann also diese Waffe finde ich persönlich scheiße aber die kannst du halt nehmen wenn du weißt du landest und du brauchst was du kannst was du kannst ja wenn du sie nicht willst sogar wenn du sie gerne hast kann ich bin so welche Waffe hast du jetzt noch du hast die blaue du hast eine Fond die rote einfach so und dann kannst du immer gucken dass du ein bisschen viel dabei hast ich hab zum Beispiel immer mit dabei oder Blumen also mediki dabei oh und verbunden verbunden ich bin vielleicht dahinter steht dann noch der schlimmste früher bei fortnight gab es noch fallen das heißt du hast dann zum beispiel einfach mitten in dem haus oben an die decke solche stochen befestigt wenn du reingelieft wurde es stoppt du also immer die medikits sind besser als die kleinen verbände weil die verbände machen nur glaube ich ein drittel oder halbe gesundheit da waren die kleinen kleinen flächen die machen auch nur heute da hattest du leute die waren so dreckig die habe dann absichtlich eine goldene waffe irgendwo hingelegt und habe daneben eine volle gesetzt ja eigentlich ist es nicht dumm das ist taktisches denken die taktische maschinenpistole finde ich persönlich auch und was ich sehr schmutz finde kann ich dir zeigen dass das hier finde ich übel zu schützen ist ja das ist er das kann dir helfen würde ich sagen im bau modus das ist nach aschenburg also ich würde dir das jetzt nicht anraten das nicht geschehen nimmt er unnötig weil das ist ja nicht so es kann halt sein wenn du im richtigen moment wirfst weißt du dass wir für eine sekunde eingebaut ist und wir das den arsch rettet aber probiert dass sie jetzt mit nataschenburg spielt ich glaube nie das ist kein apex fische soll man essen ne fische helfen wirklich aber nicht für blue light doch du hast ja den blauen fisch ich hab den noch nicht gesehen so kisten würde ich dir auch aufraten immer auf zu machen weil das kann nachher ein meilenstein sein äh das persönlich finde ich auch schmutz das sturm dreher würde ich auch nicht schlafen das haben wir hier ne das ist so von unnötig sonst alle schuhe so das haben wir hier sowieso jeder spielt anders ne ich bin halt so ich schleppe nicht so viel schmutz weg andere schleppen umso mehr schmutz weg das persönlich finde ich auch super diese waffe eine Affinpistole ja aber das ist eigentlich unnötig viel wenn du viel Zeit mit schnapps weil am Ende der Film von dann doch nicht genau deswegen ich schleppe gar nicht so irgendwie nicht mit sie möchten viele Sachen sowieso eher für den Baum oder für den Tischenbogel und so weiter mh 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 das Problem ist immer ich bin halt immer echt stehen geblieben und das weil damit du bist nicht mal eine Wandel in der Zielscheibe, du bist eine stehende Zielscheibe Naja, so wo ich das merke, wenn ich äh wie, was hab ich gerade vorhin? wenn du hin und her mit dem Modul spielst ja, das ist eine gute Wanderung ich weiß nicht, ob Kai dir das eingestellt hat drinnenwege dem einen Schuss, den man hat unten sind sie Balko, hier musst du schon babohaft zäh schießen und die sind schon, die hüpfen die ganze Zeit so, wir gehen ein bisschen näher vielleicht kriegst du, ich bin ja da guck, hier sind zum Beispiel welchen ah, ich hab vergessen, was ich mich schon ich bin halt mit einem Kumpel so gewohnt zu zocken was halt auch immer gut ist, wenn du einen schönen Headshot machst hier sind zum Beispiel drei Stück, die gerade fighten da kannst du dich halt einmischen hast du halt Chancen, musst du gewöhnen ich hab gesehen, du mitten hat den Mox, äh, Fortnite gespielt so, wir können ein bisschen näher gehen, dann kommt noch ein bisschen in den fight rein ich springe in den fight rein jetzt hier, die haben kein Leben mehr wenn du so nah stehst, wie ich gerade ist es besser, du nimmst die Pampa dabei hast du noch einer, guck hier genau ah, siehst du auch auf dich? so, auf den Barg oben ah, von da oh mein gott du hattest so ein glück du hattest so ein glück sie hat dieselbe die waffe hier die schießt also kannst du das noch ich musste den kurz weg machen das war die beiden warte sind die noch da ne ich glaub das waren die beiden ne die auf dem Bad manch ne das waren die beiden ich glaub das waren die beiden ne du hast noch ok 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 das ist schmutz das hast du das hast du ok ok wir haben gecheckte die Wälder wir haben gewisses Dingern wir haben gewisses Dingern wir haben jetzt aktiviert was die hoppe ich die hoppe die schlepp ich mal mit wenn wir echt den Arsch schlappen schlappen ich habe noch nicht eine Runde gespielt mit blutleit voll mann und mut doch komm was nachgeladen er hat ein hoverboard pass auf oben rechts ich hab meine ich hab mir ein ding liegen lassen wir haben mich im visier sowieso ja 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 sie hat meine waffe ist nicht schlimm du warst besser als dafür und wenn sie immer mit ihrer scheiß ding ins korneln ich krieg Quatsch mit dem feuer oder äh granaten ja wie viel? wie viel? bereit? äh nee warte ich hab ja wieder mit den Sternen ach mann ich hab immer noch nicht genug wie viel? wie viel? 18 18 oh gott entschuldigung muss ich jetzt echt überzeigen? ich mach noch mal hin 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 nein ich mach noch mal hin nein nein das wird was anderes nein nein Alphen nicht geproft sich und lebt im 3 nun nein nein heute 아�eksman flau wer heute sogar ist gar nicht замut ich halber der wird schon so ich kann mich nie hast du das auch was wenn du wenn du so den ladebildschirm guckst bei fort ja nein kommt er reingrutscht du kannst auch ausfällen keine Ahnung komm wir landen nicht mal ich hab lieber man landet an der selben Stelle weil dann weiß man wo alles ist nein die Chemisch Jumpmaster kann unterschiedlich aber normalerweise ist fast immer alles im selben Haus und so ab das war krass bei Apexe dass ich jedes mal der Jump mache das war nicht mal gehört ich hab alles gegeben ich hab meine Wache zu landen wenn du einen siehst auf den Döchern dann müssen wir sofort er krank glaubst du hast eine waffe weil andere haben keinen es ist ein vorteil vor mir schon willst du ich glaube du musst ein bisschen halt ich mache dass du überfordert bist weißt du wenn du überfordert bist dann weißt du wie du reagierst und so ist es genau hier war auch noch eine versteckt ich habe mehr als genug heilung sie ist hier im haus jetzt ist sie draußen es ist schlimm ich glaube hinterher wo ich den zentimeter neben dem spieler und er hat mich ich hab keine muni mehr kann sie auch Ich hab keine Mumien mehr. Ich hab keine Mumien mehr. Aber du... was ist denn hier? Warte, hier? Warte, ich schloss die weg. Die Scheiße. Ja, wie gesagt... Also... Du kannst das nicht anders nähern als so, ne? Ja, eben. Eben, eben, eben. Man müsse mit... ah... Man müsse mit hier halt in den Botlogi gehen, oder... Ich find mit Botlogi nur die Behinderung. Das einzige, was mir jetzt noch fehlt, zu meinem Glück, ist nicht mehr. Und Dankeschön. Als hätte ich's nicht gesagt. Als hätte ich's nicht gesagt. Ich hab nur Gold bekommen hier. Das für ein schönes Leben. Das für ein bisschen... Also hier hast du einmal... Einen Biggie. Und einmal ein Medi-Kit. Wenn du das mitnehmen willst. Medi-Kit hab ich strecken. Du kannst drei mitnehmen. Okay. Und hier haben wir ne Sniper. Den nehme ich auch mal mit. Ne Sniper. Ach. Ja, aber ich... Es gibt zwei Sniper mittlerweile, richtig. Es ist also ein Kollege von mir. Der spielt so gut. Aber das hast du in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich hab noch nie in meinem Leben jeden Spieler gewählt, spielen sie. Da kann zum Schluss, kann er gegen sechs Spieler spielen. Und der gewinnt. Ich hab so übelst schnell gelevelt mit denen. Also Jana, hier ist noch einer. Da... Die sitzen hier hin und her. Keine Ahnung, was die da machen. Ich hab die wohl immer für Spieler, Mann. Für Jana. Die laufen im Track. Von wo? Oh! Ah, die laufen weg. Oh, kleiner Lappen. Steht hier da oben. Oh, du bist verwertet. Girlie girl. Hey, doch mal. Oh. Absurd verheimd. Sie bleibt halt stehen. Gut. Sie bleibt stehen. Sie bleibt stehen. Sie bleibt stehen. Oh mein Gott. Ich hab ihn auch stehen geblieben. Ich hab sie fast, Jana. Ich greif an. Eine liegt. Nein. Nee. Wie viel Kugel schockt. Deswegen renne ich da hin. Guck, deswegen hab ich mein halbes Leben. Naja. Ist ein Schlimmer. Ich hab immer mein Hill dabei. Das hast du. Du bist voll. Die ist auch gut. Also episch ist, ist ne mehr gute Waffe. Ähm, warte ich. Ich guck noch kurz was. Mit der könntest du aufstehen. Den hab ich in grün. Dann Elina ist besser. Wenn man gold ist, ist es aller besser. Dann versuch mal, ob du mal damit schießen kannst. Na? Ja. Okay. Also es ist grün, blau, 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 blau. Also es fängt mit grau, grün, blau, lila, gold. Und eigentlich ist es orange, weil Gold sind Spezialwaffen. Orange, okay. Brauchen wir umtöntet, oder? Ja. Und desto stärker deine Waffe ist, desto größer ist die Chance, dass du mit einem Schuss den Gegner wegkommst. Jo. Deswegen hatte ich vorhin Glück, weil ich die goldene Sniper hatte. Ja gut, wir sagen immer golden, aber für richtig ist es orange, weil die Gold, das ist wie das Lichtschwert sind alle diese Spezialeventwaffen. Und das ist Goldene Sniper. Die sind auch richtig Baba. Aber das Lichtschwert und Lichtschwert ist auch nur Baba, wenn du damit umgehen kannst. Wenn nicht, dann bitte für die Falle. Das Marvel-Wand war so geil, da hattest du Thanos-Faust. Ja, das hab ich da ja nicht. Und den Thanos-Modus, da war dann von den 100 Spielern war einer Thanos. Oh. Und du musstest den zu mehreren abschießen und dann hat er dann die in den Handschuh fallen lassen und dann wurdest du zu Thanos. Mann. Boah. Pass auf, wenn du hier rutschst, nicht dass du runter, also wie ich jetzt so dumm runterfällst. Oh. Das war voll unfair als Thanos, als Thanos war es so unfair. Du konntest auf 10 Kilometer mit einem Strahl schießen. Warte, ich muss noch gerne warten. Oh. Ist nicht, also das mit dem Fallschaden ist gar nicht schlimm, weil wir flattern überall immer runter. Ich bin von den Häusern runtergeflattert. Wir hatten mal, ähm, Spider-Man. Und da sind wir einfach ganz oben von diesem Daily Bugle da. Ich wollte eigentlich ins Spinnen-Netz springen. Ich bin wohnen auf der Stadt, ich bin mir nicht mehr. Ich mag gar nicht. Ich war so. Da liegt Loot. Guck, da kannst du auch mal gucken. Wenn zum Beispiel da liegt Loot, da war irgendwas. Entweder sind da Leute. Das heißt, wenn wir da hingehen, müssen wir aufpassen. Das heißt, wenn wir da hingehen, müssen wir aufpassen. Das heißt, es kann sein, dass sie von hier schießen. Fortnite ist halt auch viel taktisches überlegen. Auch wenn die Leute glauben, sie sind Kinder spielen. Okay, ich kann ja nicht überlegen. Zum Beispiel Gabi. Gabi ist ne Maschine in dem Spiel. Ja. Gabi ist ne Maschine. Hier sind Schüsse. Da kommt ein Türke wieder. Der Türke schießt mich schon wieder. Was uns auch oft passiert ist, ich kann Beppo bestätigen, wir haben absolut null auf die Zone aufgepasst. Ja. Was viele Spieler auch machen, die hängen in der Zone, also pimmeln in der Zone, sind ständig dabei, sich wieder aufzuholen, zu heilen und dann ficken die die Hardcore aus Ja, aber ich würd sagen, vor uns sind Petscher, bei diesem Haus, Büro, ich würd sagen, wir gucken mal, wir gehen mal ganz, ganz sanft. Ganz sanft. Ganz frei. Ganz frei. Ganz frei. Ganz frei. Ganz frei. Ganz frei. Nein, ich würd sagen wir's. Ganz frei. Ich würd mich hören, dass da jemand gehüpft ist, aber ich würd sich nicht mehr einsehen. Wir nehmen Bravo 1. Ja, da ist der Schüssel. Ich würd auf jeden Fall. Links. Die Schüssel. dann kommt er von hinten hier ist halt riskant, weil die können von jeder Seite jetzt kommen da sind die Spiele ich glaube, die vermitteln sich mehr als Teams ja, guck da auf den Berg da war einer ja, die sind da vielleicht hätte ich auch gesehen ok, die ficken gerade die Inter-Spieler ok, die sind da oben hier oben der rote der rot-schwarze und ich bin unten ich bin unten scheiße nimm die oben, kriegst du die was? ja, die schießt mich mit Granaten ab Pumpgun, Pumpgun Pumpgun und hol sie ja, ich wusste, dass er von hinten kommt schieß warum nicht? pass auf, links von dir da schießt jemand auf dich wechsel die Waffe ich bin unten vor ja, sie schießt mit ja, das war zu viel aber die sind auch gegen na, 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 na warte, ich geh wieder hallo, ich geh wieder die Sterne hallo, ich geh durch die Sterne hallo, ich bin unten na, na nein irgendwann nimmst du den oh nein, ich hab keine ah ha 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 was ist denn da auch, was wir auftreten Das ist eine vertikale Distanz. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen... Ich habe aus Versehen... Alle Questen. Bis wann geht der Wettbewerb? Ich glaube bis am 5. Nee, oh mein Gott bis zum 3. Dann hast du nicht mehr viel Zeit. Scheiße, das ist so unfallig. Ich dachte, das war bis zum 5. Aber dann muss ich durch. Zieh durch. Ich mach das jetzt nicht. Ich will nicht an der Kopf. Zieh durch. Ich will den OG Battle Pass. Ich krieg schon nicht die Bonusbelohnung. Obwohl, das sind nur 2 Seiten. Jetzt sind nur 2 Seiten. Nee! Tommy, George! Oh, der Skin ist... Kann man seinen bürgerlichen Namen nehmen? Wie viele Sachen müsste ich da verkaufen? Wie viele Sachen müsste ich da verkaufen? Ich glaube... Ich glaube, hier habe ich einen Blau, Grün, Lila und Gold. Das war eine schlimme Battle Pass. Das war bis Level 200. Ich glaube, Marcel war ein Level 360 oder so. Du hast nur noch nicht gesagt. Ich kann ja noch mal so gut sein. Ich muss ihn dann... Ich kann ja noch mal so ganz kurz. Mach den Platz sein, dann mach ich nicht. Was ist denn da? Ich muss dann auch mal so ruhig mal gucken. Ja, meinst du, dass er anruft, wenn er hingeht, oder was er anruft, nachher? Beides, weil ich hab ihm gesagt, wenn du mich brauchst, ruf mir an, wenn du unterwegs bist zum Arzt. Ich glaub schon, ich glaub, dass er mir auch danach vielleicht anruft und ich hab ihm ja, ich hab ihm echt gesagt, wenn du mich brauchst, sag Bescheid, ich nehm sogar den Flug zu dir, ich komm zu dir. Und dann? Nein. Er will nicht, dass ich nach München komme, weil er sagt, dass München hässlich ist, und er will nicht, dass ich mit dieser Hässlichkeit in die Behörden komme. Oh, der hat ne andere Fall. Nein. Er sagt nein. Oh, was ist doch nicht okay, ist München, oder? Oh, was war das denn da? Meine Oma hat da gewohnt. Ja, aber meine Gegend. Oh, hab ich meine Oma gesagt? Habe ich Oma gesagt? Meine Oma ist die Erzeugerin meiner Mutter. Kann ich meine Oma? Bei mir ist das die Sofaerin. Hm? Ich habe echt angepisst. Ich habe meine Mom hier heute angerufen in den PC. Meinte ich so, ja, ähm, also die blöden Fragen, die ich dann gestellt habe. Und dann meinte meine Mama so, ja, und so Nima, also das ist meine Oma, äh, die kommt auch für Weihnachten. Weißt du das schon? Ich so, nee, warum, weil soll ich das denn wissen? Ja, hast du nicht mit ihr geredet? Ich so, nee, warum? Nee, sie kommt auch für Weihnachten. Meint sich so, stell den Alkohol bereit. Das ist die Mutter von meiner, meiner Mom, ne? Kein Bock mehr. Sie sollen mir mal ein Fufi rauskicken von meinem PC, bitte. Ich glaube, ich werde irgendwann nicht mehr in die Beerdigung meiner Oma gehen. Ich habe keine Großeltern mehr. Manchmal, Beppo, wie krass das jetzt klingt, was ich sage, manchmal ist das besser. Als Ästchen, lass ich das jetzt sagen. Ja gut, meine Großmutter hat mich gehasst, also auch. Ja, deswegen, das ist ganz ehrlich, ich könnte das gleiche sagen. Sie hat mich gehasst, weil... Sie hat mich gehasst, weil ich schwarz war. Ja, aber das ist ganz natürlich bei Italiener. Ja, immer raus. Ach so, du hast keine Blume davon, ne? Ja. Ich habe noch Blume davon. Warte. Oh. Nehm du darfst, dann hast du... Du hast besser, also ich komme auch ohne. Wie erkläre ich das Verhalten von meinem Opa? Mein Opa hatte Kinder zu gerne. Steht man das? Ja. Zu gerne in dem Begriff, wie ich es mir jetzt vorstelle? Ja. Ja. Oh, okay. Das heißt, mein Opa hatte mich sehr, sehr gerne. Hatte seine Tatzen auch sehr, sehr gerne an Stellen, wo du das bei einer Neunjährigen nicht machst. Deswegen... Dieser Mann brennt in der Hölle auf einer eigenen Etage. Und wir haben rausgefunden, dass mein Opa nicht nur mich sehr gerne hatte. Sondern auch seine eigene Tochter jahrelang. So enkelhaft, oder? Weil sie hat nie was gesagt. Hm. Er hatte sie so gerne, bis sie ihre Periode bekommen hatte. Und sie hat nie was gesagt, bis ich auf die Welt kam. Und da hat sie meine Eltern auf die Seite genommen und meinte, lasst sie bitte niemals allein mit ihnen. Niemals. Ja, da ist das alles rausgefunden. So eklig wirklich. Und trotzdem hat sie es geschafft, an mich zu gehen. Ja. Bei mir. Bei mir und bei mir. Deswegen, als er gestorben ist, das war für mich ein sehr, sehr glücklicher Tag. Und du kannst mir nicht sagen, dass meine Oma das nicht mitbekommen hat, oder? Ich. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ich bin ganz ehrlich, vielleicht wollte ich sie voll gar nicht mitkriegen. Vielleicht hat sie dann was gekriegt. Ich denke schon, dass sie es mitbekommen hat. Aber sie wollte es mitbringen. Ich hab einmal mit ihr darüber geredet. Und sie war komplett so gelusen. Und sie war komplett so gelusen. Ja, meinte sie ja, warum hast sie denn jetzt gemacht? Und ja, ja, sie wusste es schon. Auch immer. Ja, ja, ja. Warte ich noch heimlich? Ich hab mich ewig an dieses ja, ja erinnern. War ich hinterher? War ich schon toll. Aber ich schieße sie aus dem Fenster? Das ist jetzt immer besser. Ich lerne. Ich bin die Wiesenlehrer. Oh ja. Ja, aber ich versuche es. Oh, warte, ich hab mir die gleiche dran. Aber warum hat die mehr Schuss wie die andere? Genau, ich bin. Ich zieh auch Gegner an, indem ich hier so hin und her... ...Hose... ...Hose umgehört. Sag einfach, ich muss doch nicht reden. Diana, da kommt er. Ich seh ihn. Hier, glaub ich. Da kommt noch einer. Da oben. Nein. Das sind Buggys. Sind da. Ich hüpfe hin und her. Oh! Bruder! Na, 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 na. Na, 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 na. Schieß doch auf Diana. Huuu. Kugiana steht neben dir. Hinter dir. Ich hol den anderen. Komm. Auf wem. Auf wem. Auf wem. Das ist ja ein Bot, Mann. Das war... Das fand ich mal ein Bot. Das war ein Spieler, weil der Skin, den er gespielt hat, das war Lorenzo. Norenzo war, war in dem, in dem Bett, dem Bettenpass von davor drin. Ich hab den nämlich nicht gespielt. Willst du den? Ne, 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 ne. Ich nehme das mit, ne, 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 ne. Gehen wir mal ein bisschen spazier mal. Boah, Uwe ist verheimd. Ne, meine Oma hat Kai beleidigt, bevor sie ihn kam da. Sie hat ihn nur auf Bildern gesehen und meinte direkt, da ist ein bisschen Asse. Oh. Weil Kai halt, weil Kai halt auf den Joggenhosen rumlach. Ach man, dann lasst du ihn mal. Ja, das ist mein Vollassi. Deswegen ist er kein Assi. Habe ich zu meiner Oma gesagt, ganz ehrlich, sie sind nicht mehr in den 70ern, in den 2000ern, da ist das mehr oder weniger normal. Meine Oma findet das immer so super, vor meinen Freunden zu sagen. Ähm, du brauchst dich doch gar nicht zu wundern, dass die Männer dir alle weglaufen. Warte mal, Kim, wen markiere ich denn was? Wenn ich was sehe? Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ah doch, ja, ja. Bei mir ist es nämlich falsch, es heißt sie noch nicht. Wenn du den brauchst. Ach ja, ich weiß. Ich bin schon. Guck mal, da oben rechts hat mir alles angezeigt, ich kriege einfach nicht hin, ey. Wow. Keine Kraft. Und hier ist auch noch so ein Ding rum. Das hat er nicht. Kann ich da zwei mitnehmen? Von? Nee, kann ich nicht. Nein. Ich kann von. Nein, leider nicht. Warte, ich nehme eins mit. Ich habe noch eine grüne Waffe. Oh nein. Die nachladen, vergisst du mich. Auf und spartisch. Auf und spartisch. Du bist. Etwas, was du gucken kannst, ist auch immer highgrounds zu haben. Weiner Weine waren. Highground, also dass du um, selbst obi-wan wusste das schon damals bevor vorhanden altrausk ich habe kein einziges bausten schämt sich kultur von aus haben wir auch so herr der ringe es wird ja immer schlimmer Das gehört zur Bildung. Okay, Jana, jetzt helf ich dir, weil jetzt kommen echt viele Teams. Da kommt nämlich noch ein Team, das sich einmischt. Ja, du hast den anderen, ne? Was? Der Erste im Team hat drei Minuten in der Zone gechillt. Das waren ein paar Filmen da oben, habe ich... Noch einer, noch einer, du kriegst den, du kriegst den, ich glaub an dich. Ah, Bepo, sie wird immer besser. Ja, ich hab ein Liter Egg noch jetzt getrunken. Was? Ich hab ein Liter Egg noch getrunken. Oh, Bepo, du bist so. Tut mir leid, aber du wirst zu sterben aus dem Fluch. Noch einer? Jana, jetzt schreiben. Ich möchte das nicht. Der hat mich sauer gemacht, deswegen hab ich ihn nicht weggemacht. Oh, die nehm ich mit. Doch, wer hat 42 Schuss, der Kerl. 42 Schuss in der Sniper. Das, das ist, das ist, das ist, das ist, mit dem Gott. Jo. Das haben wir aber gut hinbekommen. Jetzt gehen wir hier hoch. Weil, wir machen was? Wir gehen auf High-Grain. Mhm. Nachladen. Nachladen. Schön nachladen. Jetzt haben wir noch Zeit. Und jetzt gehen. Jetzt gucken, wo die Ballern. Was ist? Ah, die Ballern hier genau zwei Zentimeter vor uns. Boah, das war ein guter Schuss. Genau, genau, genau. Die haben uns jetzt gesehen. Kannst weiter ballern. So. Noch einer. Ich spazier umher, Mann. Das ist ja Wahnsinn. Beppo, da trifft niemand mich. Ich schwöre, Mann, ich stehe hier. Okay, da kommt noch einer, das gefällt mir jetzt gar nicht. Hast du ihn? Ja. Andere Straßenseite, würde ich sagen. Andere Straßenseite. Genau. Du kannst auch näher rangehen, wenn dir das hilft. Bleib bei dir. Passt nur auf, dass er nicht wegläuft. Uh. 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 Wenn er wegläuft, das ist schlecht. Aber er ist nur eher schlecht. Er war aber ein schlechter Typ. Er mag mich sehr. Boah, du müsstest dir das ansehen. Ich schwöre dir. Ich, ich hüpfe vor dem, du kannst auch näher kommen. Ich hüpfe hier vor dem umher, der trifft mich nicht. So. Ich fänds toll. Ich fänds toll. Also ich fänds super. Wie gesagt, wir lieben deinen. Ähm, so. Highground. Nachladen. Ich glaub, hier könnten wir, wie der geht ab. Nimm deine Pumpgun. Welche? Wie? Guck. Äh. Wie? Ich hab das nicht. Ne. Wann du die? Ja. Die? Ne. Die andere. Wann du die? Ja, genau. Guck hier. Hier. Kann sie sofort einmischen. Und ballern. Blät nach. Blät nach. Blät nach. Ja. Guck, das hier. Das hier ist eine Pumpgun. Ja. Ja. Kannst du zum Beispiel nehmen, wenn er jetzt so vor mir steht wie du, dann hast du ihn schon fast hingelegt. Na guck, ich hab, ich hab das als Pumpgun. Mhm. Das hab ich als, wenn die mittel weit weg sind. Und das und das hab ich, wenn sie ultra weit weg sind. Okay. Über welche? Warten wir uns noch kriegen. Top. Warte. Warte. Ich muss mal die Anordnung. So. Krass. Also. Die kannst du für so mittel weit weg. Mhm. Und die ganz weit weg? Das ist weit weg. Und die bei mir? Das ist auch mittel. Ich glaub, du hast die zweimal. Nee. Warte, doch mal die und die. Die ist so weit weg. Die ist für mittel. Und die ist auch für mittel. Du kannst dann entweder die oder die andere mittel wegschmeißen und die nehmen. Dann hast du eine für nach. Und die nimmst du dann für nach. Und die nimmst du dann für nach. Und ich hab sie so angeordnet. Ich hab die drinnen nach. Für mittel. Für weit. Und dann kommt sie. Aber warte mal. Wie kann ich dann? Wie kann ich das vorziehen? Wie kann ich das? Wie kann ich das? Wie kann ich das? Wie kann ich das? Ähm. Wie kann ich das? Wie kann ich das? Ähm. Sortieren. Sortieren. Ähm. Ja. Bei mir ist das halt. Ähm. Pfeiltasse nach oben. Und dann kann ich auf die Waffe klicken. Und dann auf eine andere. Und dann werden sie so gepritscht. Ich weiß jetzt nicht wie das bei der Spritsch ist. Doch. Okay. Ja. Okay. Okay. Am besten nah. Mittel. Weit. Hier. 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 Da mit kannst du auch gut spielen. Mit so einer Handkanone. Die macht auch. Ultrafil Damage. Aber guck. Die hat nur sieben Schuss. Und deswegen würde ich die jetzt nicht nehmen. Ich hab hier zu schnell. Äh. Ich hab hier zu oft. Nachraben. Genau. Das bringt sie mit. So hier kannst du zum Beispiel. Hier kannst du mit. Weit. Spielen. Mhm. Aber wenn du jetzt auf die Zustürmst. Mittel. Und wenn du vor denen stehst. was sie da auch was sie da machen verstehe ich auch nicht gar nichts mehr gar nicht ich habe ja ich habe ja ich habe ja ich bin gut ich kann die ich die im im um ja also da kommt nachladen um um also was ich mache wenn ich hier so reinkommen nahe Waffe wenn jemand so vor dir ins Gesicht hier sehr gut ist einer wenn du willst weißt du wann du nah bist guck, du bist viel schneller ist viel stärker jetzt willst du mir sagen der hat mich gemerkt dass ich ihn drehen wollte ne hat er nicht der war so konzentriert auf mich so also es sind noch ok es sind noch du ich und ein spieler alleine ok guck jetzt mal zum Beispiel vor uns kannst du den weg machen die lieben mich gerade man Beppo die wollen mir alle in den Arsch ich bin nur am hüpfen oder schießt jemand auf Jana ok 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 ich mach den weg Jana schick zurück ok ist das ein echter spieler ich war ein stück oh mein Gott ich hab eine HP du bist alleine du bist alleine oh ich hab oh oh was Beppo ich hab einfach eine HP hehehe muss egal was ich mache die Person mit den Arsch musst du lösen oh oh ich hab ich hab ich hab ich bin so konzentriert auf dich oh mein Gott er hat mich gesehen 4 4 4 3 2 bitch 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 go hooo ich fick euch weg ich fick euch weg du bist ne Hura, du bist als Erste weg oh my god ich hatte sie, wann ja das war er von der Seite nicht schlimm Hurensohn oh ich hab was Neues freigeschalten alles gut alles gut alles gut Marcel hätte jetzt nicht mehr ich glaub ich kauf dir das alles gut alles gut Alter 445 documented das議待って ich hab's ja mit dem was sie meinen ich hab's ja mit dem ich hab's ja mit dem es ist mein Passwort und die Prozent er läuft damit was so mädchen Schussupfer jetzt die 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 woher bekommen Aber da gibt's ja noch viele Seiten. Boah! Oh, ich bin so fast hier. 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 Die eine Tante hier, ich wollte sie unbedingt haben. So drauf, die geschwitzt haben. Ich ja, ich hab einmal mit ihr gespielt... Das hat mich so abgefuckt, dass jeder mit ihr gespielt hat. Wippo, ich hab den Battle Pass gehalten. Oha. Kannst du das forschen. Ich weiß nicht, wie es das geht. Oh mein Gott, die Indiana Jones. Ach, come on. Die haben die auch gemacht. Den Waffensdinger hab ich nicht mehr geschmacken. Unschmackbares Gessert. Die Tischmack. Ich hab ihn auch bei MrBeast. Rücken wir. Unschmackbares Gessert. Was? Der schluckt so viel. Das ist der Hero, Kevin. Das ist schon aufgerobt. Oha. Kevin, das war's. Steht da mit ihm. Maus mit Stuhl. Steht da mit ihm. Steht da mit ihm. Steht da mit ihm. Schmackbares Gessert. Was ist das? Ja, ich weiß nicht. Nach 28 Jahren. Wovon kann man sich freisch halten? die präsentierte jahres Oh mein Gott, wie traurig. Auch in Acht nicht verschieben, wie war ich. Mein Musikgeschmack ist so traurig. Warum bist du nicht? Was ist Convertronica? Keine Ahnung. Eine Region hat es dir gleich getan. Deutschland. Revolver halt Pro und Funrise Avenue. Geh, 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 Geh. Wow, ich mache nimmst die scheißverschentliche Aufgabe, wenn man schon einfach mal ein Wurf gut gespielt hat. Meine, meine Top Songs sind nur so schnulzend. Aha. Aha. Traurig. Ich muss mein Handy wieder laden. Das ist echt nervig. Oh Gott. Ich habe 19 Tage am Stück Musik gehört. Oh Gott, alligatoren. Oh Gott, alligatoren. Oh Gott, alligatoren. Oh Gott. Oh Gott, alligatoren. Oh Gott, alligatoren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm, ich habe so viel Country Musik, die ich höre. Ach Bon Jovi, Bon Jovi hat mein Herz für immer. Ich guck nur grad meinen Spotify. Ich geh auch noch rauchen. Okay. Oh, jetzt kommen die Schlagerlieder. Nee. Deine Top-Podcasts. Gemischtes Hack. Verbrechen von dem Mord auf Ex. Gemischte Hack. Gemischtes Hack, das ist mit Felix Lobrecht. Ich lieb das. Du hast 1828 Minuten lang Inhalte gehabt. Oh mein Gott, ich hab so viel Fehlmusik gehört. Oh mein Gott, ich hab heute die komplette Bude geputzt als Claire gepumpt hat. Dann komm ich runter und die Katzen haben wieder alles verwüschtet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das heißt, ich hab jetzt meine Pop 23. Meine Pop 23. Auf die Falle bist du. Aber sofort. Ich hab jetzt die im Hintergrund. Ich hab jetzt die im Hintergrund. Oh mein Gott, ich hab das Trailist nicht mehr. Ich hör nur noch Trailisten. Mh. Er hat mal in einer Bar gearbeitet, ne? Als TJ. Boah, er hat er. Er hat so gute Lieder in dieser Playlist. Und ich hab nur in dieser Playlist. Und ich hab nur in dieser Playlist. Nooooooo. Und ich möchte gerne die Playlist. Wo ist denn die Playlist dahin? Mh. Meinst du, Marcel war angepisst, als ich das vorgestern im Stream geschrieben hab? Wo er gefragt hat wegen Fortnite? Weißt du? Und ich dann meinte, dass wenn du streamst, ich ein Gunstar bin und ich irgendwas anderes spiel? Also im Nachhinein dachte ich mir so, hm, war das provokant? Von mir? Ich hab das provokant drüber. Ja. Also im Fallen. Nein, aber ist doch so. Ich find, das gehört mir einfach nicht. Er muss auch ein bisschen lernen, sich zurückzunehmen, weißt du? Auch er wär, wär der Babu schlechthin, weißt du? Ist er aber nicht. Oh, das ist so geil. Oh. Oh. Mega für diesen. Oh mein Gott. Ich hab ja keine Perlenefische. Ja, das klingt das nicht richtig. Ja, das ist Pundry oder so. Hör ich auch gern. Ich, ich hab so viele Sachen. Ja. Und er will nur Mord wie gesagt. Oh, ich hab's nie etwas. Ah, dieses Lied ist, es ist mir meiner besten Freundin. wie lange muss ich die dinge zu tun Ah, aber jetzt kann sie zufrieden sein. Ich liebe es, ich liebe es. Oh, okay, ja, 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 ja. Ja, 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 ja Ich hab sogar Crow. Crow. Oh, ich hab so viel Altym wieder. So. Aber ich hab kaum viel Musik für mich. Wie viel Musik wir eigentlich noch nebenbei auf YouTube hören? Hast du gar nicht in Spotify gezählt, oder? Au, wenn man bedenkt, wie viele Lieder ich jetzt von Salva geschickt bekommen hab die letzten Monate, alle über YouTube. Aber ich seh hier echt viele Lieder von ihm. Oh mein Gott, Johnny Depp ist drin. Johnny Depp, Depp, Depp. Oh mein Gott, ich komm nicht hin bis dahin. Ich bin viel zu früh gelandet. Muss Ingo mit Flamingo hören. Johnny Depp, 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 Johnny Depp, Depp, Depp. Ich bin schon da, alles gut. Okay. Ich bin hier rechts. Ich glaub, das ist jemand bei mir. Junge, bist du dumm? Die sind so dumm, Mann. Die rennen in die Zone und krepieren. Mist. Ja, na, hier sind so viele, wenn du jemanden töten willst. Hier sind so viele, dass sie sich schon gegenseitig umbringen. Ach man, dann mach das mal. Wenn du mitmischen willst. Überall. Oh, Mist. Hier sind zwei Stück. Da sind zwei Stück. Die sind überall. Ich lauf bin nur hin und her. Ich wurde noch nicht einmal getroffen. Pippo geschießen viele Leute auf mich. Und nicht einer trifft. Kommt er mit Kali, Stix, wie um die Ecke. Also hier ist eine. Die macht Larekopf. Das ist glücklich. Da ist aber noch einer. Da hinten, der schießt durch den Busch. Ein Buschschieße. Der hat mich getroffen. Ach man. Jetzt hab ich fast mein halbes Leben verloren. Ich hab keine Munition mehr. Pick-Echse. Ich lass dich alleine. Krieg's auch Sinn. Ich geh einfach in meiner Hilfe. Ich brauch, ich brauch gleich. Ich halte dein Leben im Auge oben rechts. Oben links. Wenn ich seh, dass du untergehst, komm nicht. Bis jetzt seh ich, dass du gut klarkommst. Ach, Deppo, das Leben ist schön mit dem gelben Schein. Ja. Ich find's echt toll. Ich hör nur Geballer draußen, aber ich weiß gar nichts machen. Jana macht es. Ich hab's sogar ein Level-Aufstieg bekommen. Und viel läuft's, Jana? Äh, übel. Alles übel. Du hast noch kein Leben verloren. Ne. Ich guck zu. Maschine. Oh, ist das still geworden? Hat sie jetzt alle wegputzt? Ich glaub ja. Oh, siehst du, Deppo, sie hat's hier was? Deppo, sie hat vier Leute geholt. Easy. Easy. Kein Problem. Geregelt. Ich loote in aller Regel. Ich hab jetzt mein Leben wieder. Ich hab jetzt mein Leben wieder. Eine weil, hoiser. Ein allergicert Bravo. Und konzentriert. Wir verlieren Charlie. Wir nehmen alpha-1. Eigentlich habe ich echt süße Lieder, aber die haben alle so richtig aggressiven Unterfühl. Das ist schlimm. Ich glaube, wir sind gut bei der Sonne. Ich gehe mal auf Toiletten, Jana, die saßen nicht. Okay. Okay. Du regelst. Okay. 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 Okay, ich weiß es jetzt schon. Ich werde heute den ganzen Tag kommen, ey. Aber egal. Ich auch. Außer Samo. Egal. Ich wach mein Handy extra laut. Gude hab ich gemacht. Scheißegal. Ich hab gesagt bekommen, ich darf nicht mehr am Tag schlafen. Weil mein Schlafküttel mir ja krass am Arsch wäre. Und daraufhin hab ich dann heute den ganzen Mittag geschlafen. Ja, aber was holen die, wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann? Wegen Bauchschmerzen und Kopfschmerzen übergeben. Was soll ich denn machen? Schlafen kann ich mal nicht mehr? Nee, du brauchst, wenn ich nicht schlafe. Ja, genau. Aber es ist schwierig. Aber wenn ich nicht schlafen kann in der Nacht, weil ich Schmerzen hab. Weißt du, das Problem ist, in der Nacht beruhigt sich dein Körper. Und deswegen brauchst du Haarschmerzen. Das ist ja auch dumm. Das ist ja auch dumm. Weißt du, soll ich dann einfach nicht schlafen? Oh, ist ja auch dumm. 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 Im Keller. Und im Kaffee. Und im Kaffee. Oh, hier steht ja einer. Oh, das war knapp. Geht man Controller, dass ich einfach disconnectet die Schlampe? Der hat vor einer Stunde gesagt, der wird leer. Nur noch? Und der hat sich jetzt erst disconnected. Ja, das Problem ist halt... Die anderen... Warte, kann ich den Controller nicht schnell witzeln? Ja. Okay, ich hab' Dreckslissen. Wisst ihr, ich hab' meinen Sprachen? No. Ja. Ja. Genau. Ich hab' noch keinen gesehen. Weshalb? Ja. Ja. Dann, wenn du willst... Geht jetzt besser mit der Musik, jetzt bin ich wieder mehr. Oh. Ne, ich hab' eigentlich... Äh... Na, mittelweit. Ich weiß jetzt schon. Ich hab' ihr das jetzt so erklärt, ne? Marcel wird todsicher sagen. Was redet sie da für'n Scheiß? Ich sag' zu Marcel einfach nur noch ja und ich mach' aber... Halt die Fresse. Ja, ne, aber... Ja, so werde ich's ihm nicht sagen, aber ähm... Ja. Wieso? Ich will sie sonst erklären. Das ist halt die... Ich erklär's mir auch so. Oder? Du wie Scheiße. Ja, wie gesagt, dass... Er... 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 muss manchmal aufpassen, dass er sei. Es sind mehrere, die nicht mehr mit ihm spielen wollen, ne? Ich hab' geklingelt an der Tür, aber niemand hat aufgemacht. Klingeln paar Mal. Klingeln paar Mal. Kann sehen, dass das ne Quest ist. Klingeln so lange, bis sie kaputt geht. Ey? Warte. Klingeln gleich noch mal. Das war... So oft... Einfach... Drück nonstop... Drück nonstop, bis der kaputt geht. Manchmal kann das nämlich ne Quest sein. Guck, hier sind überall Klingeln. Hier ist auch eine. Also es war einmal ne Quest. Hier hab ich nicht geguckt, aber kann sein. Da war ich schon drinnen grad. Ja. Wirst du manchmal auch noch mehr Klingeln? Klingeln. Klingeln. Ich guck mal, ob das ein Auftrag ist. Was ist denn das? Was sind die epische Aufträge? Die sind episch. Ohne Schlüttler. Naja, schon zu weit weg. Da ist die vloggericht. Wo ist sie? Vorne? Ja. Sehen wir. Tja. 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 Er schieft die, ich seh niemand. Gehen wir mal runter. Jetzt wurde schon gelootet, weil die Türen sind offen. Ich mach mir grade echt keinen gefallen, dass meine Musik so laut ist. Aber hier hat noch keiner gelootet. Ne, Maschine stellen wir nicht. Ungemutzt. Ah, da liegt der da. Seine Schlampe. Ja, hast du noch nicht geschafft. Ist gut. Ah, ich kann den noch nicht mehr. Ich hab die Splashis. Äh, die Zone ist scheiße. Okay, dann lass mal loslaufen. Okay, dann lass mal loslaufen. Oh, wieder rum. Oh, wieder rum. Oh, wieder rum. Fertig. 1,2,3,3,5 Ich ... krieg noch ein Front Was sind sie ... wenn du dich traust? Pass auf, da kommt nur einer von rechts, ne? Das sind richtige Spieler Keine Bots Ich hab ihn. Wo ist der andere? Hinter mir. Kriegst du den? Er ist hinterm Stein. Ja, er geht sich heilen. Ich hab ihn raus. Er hat keine Muni mehr. Das ist die falsche Waffe. Das ist für weit. Genau. Komm näher, näher, näher. Zack. Komm geht. Wie gesagt, ist viel lustiger so. Ja eben. Ich hab meine Level hier. Und es macht doch mehr Spaß, finde ich. Ja, aber sie sind immer so. Kannst du Beppe fragen. Was greift der mich von hinten an? Ah, ich will hier oben hin. Ah, du bist am Rest. Ja. Ich bin über dir. Ich will mich ein bisschen umher gucken. Oh mein Gott. Mehr High Ground als das hier gibt's dann. Ich hab' das morgen früh. Ich hab' das morgen früh. Und so lange du landest. Weil hier können wir nachher runter habschen. Oh. Wie das? Das ist wirklich anders. Pumkan. Aber lila. Lila ist gut. Sehr gut. Was ist Pumkan? Weit? Nein, na. 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 Pumpe. Pumpe, ja genau. Nee, weil dann lass ich's. 2,106 Schuss liegen. Nee. Das ist auch doof. Jo, ich seh's nicht mehr. Hallo. Nimm's noch den. Liegen. Wir kommen hier. Dann gehen wir wieder runter. Dann gehen wir mit dem Denk. Nein. Ach nee. Hm? Wir müssen runter, oder? Ja, ich bin ungern da runter. Deswegen renne ich hier ein bisschen so umher. Guck die Situation. Die kommen da nicht vorbei, glaub ich. Ah, ist richtig schnell durch. Hier lauf ich zum Beispiel mit der Pumkan umher. Also mit Nah. Nah. Ja. Weil, wie ist das Risiko, dass plötzlich jemand links oder so nehmen wird? Nein, die steht einfach enorm. Ja. Ich hör ja schon wieder Schüsse. Die nehmen wir jetzt. Ich glaube, A3 brauchen sie. Wir haben das Feld gesichert. Die Faktion ist erfüllt. Die Faktion ist erfüllt. Ich bin laut. Wo müssen wir hin? Nein. Wir müssen ja oben uns echt gerne hier hin. Was wir auch immer überlegen, als zu gucken, wo die Zone runter gehen könnte. Ich guck, da sind zum Beispiel welche. Aber die sind weit weg. Wenn wir jetzt da hinschießen, die... Oh. Bitte, 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 bitte. Ah, ne, geht gar nicht mehr so rum. War das jetzt dumm? Ja, das war dumm. Ja, weil die kommen jetzt ja her. Ja, die anderen hat ein Sniper. Höpfen, 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 höpfen. Ja. War dumm von mir. Ja. Aber vielleicht kriegst du's hin. Der links ist fast tot. Die snipet. Pumpgun. Das ist ja nicht schlimm. Irgendwann kriegst du's hin. Alles mit der Zeit. Genau. Alles mit der Zeit. Also wenn du keine Lust mehr hast, sag Bescheid, ne? Ja, ich kann alles gut dann aus 24 Stunden durchspielen. Geht's mit dem Zahn bitte? Ja. Weil ich das gerade hier so... Hehehe. Zalber macht auch immer so ganz unauffällig so. Na, da liegt der schon wieder mit den Kali-Sticks da. Ich habe das hier aber meinen Fehler. Und der läuft mir wieder mit den Sticks hinterher. Geht's mit den Ball? Ich hab ein paar Punkte holen. Und der stehen hier. Ich versuche den Ball. Ich bin zufrieden das. Das ist auf jeden Fall. Deine Stelle. Ich bin zufrieden oder vor. Dann bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden. Und der will dann nicht Rad oder versuchen. Ja, ich bin zufrieden. und wieder ich hab die Musik gerade laufen Ich weiß heute wird bitter. Ich habe nicht weiß. Ich bin so Angst. Es wird eher sein. Ich hab Schmerzen. Super Zeit. Aber ich kann dir nicht helfen. Man hat so Schmerzen. Ich weiß, mein Schatz, aber ich kann ja nicht einladen. Das tut so weh. Ich hab Schmerzen. Ich weiß, mein Schatz, aber ich kann ja immer noch einladen. Hier sind viele, wenn du willst. Du bist doch. Aber ich weiß jetzt schon noch was zu tun. Also es sind mehrere da, nur das für Scherzchen. Ich hab noch nicht eingenommen. Ich weiß nicht. Auch wenn sie ausgedrängt. Ohla, schießt nicht an mich, Bruder. Ich hab keine Schätze mehr. Ich hab keine Schätze mehr. Ich hab keine Schätze mehr. Ja, scheiß Franzose. Richtig. Komm an. Oh, hör da doch auch. Komm, komm mal mal. Kennst du das, wenn dir eine richtig geile Waffe können? Wie denkst du so? Oh, jetzt müssen wir Atemlos durch die Nachwergung. So, ich höre die Musik mal nicht. Ich sing sie jetzt für dich. Spiel das auf einem Begräbnis. Nicht mal da. Die Tote sind auch atemlos. Die Tote sind auch atemlos. Ja. Ja. So. So. Oh. 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 Ich fühle das Lied. Oh. Oh, jetzt habe ich sie auch noch in Lila. Die Waffe. Also hier sind sie schon. Oh mein Gott. Hier ist die Tür nach der Zähne. Wahnsinn, das ist schon der Weg. No, ich bin vielleicht nicht Lila. Ich hab nur... ich hab nur ne... Da musst du nah rangehen. Tja. Oh Bitch. Ah, ich krieg den Bruder nicht. Ich krieg den Bruder nicht mehr. Entschuldigung. Er wollte weglaufen. Was ist in meine Flinte gelaufen? Jana komm, ich krieg's hin. Komm, komm, komm. Da ist sie. Ich kann helfen. Nein. Pumpgun, pumpgun. Will go. Ich hatte ihn aber den ganzen Zeit. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Oh. Oh. Wie viele wir auch noch ausgemischt haben. Was war denn hier los? Weil sie nicht mehr Sammlung hat. Ich hab' ich hab' die halbe Map hier mitgenommen. Das war's. Oh. 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 Ich bin der Lüge. Was ist das? 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 was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? der ermut ist einzeln wie geht's denn da? wie geht's denn da? aber ich kauf mir nur um schlimm schäden maschinen ich hab noch kein Eminem gesehen was heißt das Paket kostet 2500 was ich hab nicht mal genug in die Luft hier ich würde Marcel so ähm oh was oh was oh mein Gott die Kinder die Kinder dürfen nicht mit mit dem ähm Dingen spielen sie dürfen nicht mit der Pickaxe spielen von Eminem weil es eine Kettensäge ist und sie macht das andere das andere das andere das kann ich bestimmt gekauft werden bisschen Schleim bei Kevin mit dem Kevin kauf mir die weh wow guck ich werd jetzt voll Gangster sein ja ne was auch lieber haja 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 Ich komme durch. Fliegständer. Guck mal, ich schmeiß mir gar meinen Kontrolle runter. Oh, jetzt sind die Aufträge bestimmt rausgekommen von ihnen. Nein, von ihnen. Fliegständer. 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 Oh, ich muss die Ausdruck einer. Fliegständer. 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 Ah ja, jetzt kommt wieder nur die Schmied. Fliegständer. 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 immer wenn ich so Lieder höre, die in Büchern halt verwenden, denke ich so, ja, ich muss auch wieder schreiben. Oh, wo sind die Leute? Komm, 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 Leute, vertreten. Sofort die erste, die im Shop war. Erste Einkauf. Das passt nicht richtig gut mit meiner Arbeit. Ne, ich höre mir Avatar Musik im Hintergrund an. Ne, habt ihr das nicht, dass ihr, also ich hab manchmal, wenn ich hier sitze und arbeite, meine Sachen oder Bücher schreibe, hab ich, oder mein Spielmacher, hab ich einfach den zehn Stunden Playlist auf YouTube mit Avatar Musik. Oder mit Harry Potter. Das ist echt beruhigend. Kevin macht das voll nervös. Ich sitze sogar manchmal mit meiner besten Freunden hier und dann puzzeln wir ein paar Stunden. und im Hintergrund laufen, sie sind ja wieder. Die Prüsen, also da sind solche Opfer, ne? Die Prüsen. Ja. Die Prüsen! Die Prüsen. Die Prüsen. Die Prüsen. da ist da ist blut 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 aber muss den Geld sparen er ist die Tarnik nie gesehen ich habe gesehen wie das Schiffchen untergeht das habe ich gesehen bist du im Haus oder außen Bruder willst du Kinder mit mir machen oder was war das jetzt ich war in mir die Putz hier ah guck jetzt werden sie oh mein Gott ich habe einen Putz verlor hey du hast kein Putz gestürzt ich will mal bitte das müssen wir durch Lobby ah wieder Lobby ja es wird ich mache das ich mache das ich mache das ich spiele sie nicht oh mein Gott die Leute haben alle Interstellar freigeschaut ich finde hat nur sie sich auf ein schweres ich habe das momentan mache ich wischendlich ich muss mit einer waffe spielen und ich ich würde die waffe schon gleich gut und ich würde mich tun ich weiß nicht glaubt sie nicht wie dumm dass sie den halloween skin spielen bist du dir verzehrt du hast so ein verrufte scheiße weil es auch für zu vater ich weiß nicht mal wann ich will selber monat für die sportliche gefangenen schützlos ich wieder sind nun zu ernählst du vier tun Oh, Ton ist noch am Tochtig geschafft. Ich hab gar keinen Bock, irgendwas zu verlosen oder zu verschwinden. Ich will ja zwei Stunden machen. Dafür weißt du noch den zwei Stunden, den wir aus Versehen gemacht haben. Ja. Wir lagen, zu dritt lagen wir nach elf Stunden hier so. Das war echt Zufall, das hab ich mal gewollt. Puh, gewonnen. Ich hab aber überlegt, verschiedenen aus meiner Community was zu schenken. Nicht allen, aber die, die mir halt am meisten geholfen haben. Bebugs. Nee, aber ich weiß halt nicht was. Irgend so was Kleines, weißt du? Die Socken. Die Socken. Ich hab die Socken. Ich hab die Socken. Das ist halt gefährlich. Das ist halt gefährlich, wenn du... wenn du ein T-Shirt oder sowas kaufst, weil das, du weißt, die Größe nicht. Oh, die Chili. Oh, Gott. Okay, muss ich das nicht mehr hören. Weißt du, was für ein Woody ich mir... was für ein Sneed ich mir bestellen, oder? Oh, die sind hier im Call of Duty Sneedy. Was kann man seinen Followern bekämpfen? Ich bin richtig. Oh mein Gott, da gibt es so eine Wolke. Das soll ja was kleines sein, soll ja aber nicht übertrieben. Ein Anhänger. Genau, aber was für ein Anhänger? Ein Fortnite-Anhänger. Ich hab euch lieb Anhänger. Ja, nee, Betten. Nein, nein, nein. Der Fortnite. Ich kann es aber zum Beispiel nicht ein Fortnite-Anhänger. Doch. Ja. 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 Ich fände das sehr ökert als mich. Ich glaub, dass das passiert. Ich glaub, dass das passiert. Ich glaub, dass das passiert. Ach man, da gibt es echt viele davon. Okay. Nee, wieso stimmt der nicht? Okay, für euch, ich liebe euch. Danke. Ich fülle an die Branche. Mit. Danke, dass ich hier bin. Das Problem ist das, Beppo, mit den V-Bucks. Wir brauchen V-Bucks in Deutschland. Wir haben die Deutsche und die Lückenmolkenkommunen. Wir brauchen V-Bucks. Okay, ich habe das Gefühl. Wir verlieren Alpha. Wir kontrollieren Bravo. Geht hier weg und weg. Geht hier. 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 Geht hier auf. Ich bin gar nicht spät an, ich bin gar nicht schneller. verkaufen ja 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 blaues Licht ja 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 das Geld verschwenden ja 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 Ja, ne, 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 ne. Ja, nein, nein, ich bin ein Hamster. Über die AL. Im Baukopf erpackt. ich habe sowieso doch Kassenbock ich habe Garantie was haben sie wieder auf was haben wir jetzt nicht gewollt und sind tot jetzt kriegst du halt voll sehen nicht ich kaufe euch einen Hamster Schlüsselanhänger ich will einen ersten Hamster ich will jeden Tag füttern aber der ist schon tot ach komm der ist tot ich will einen echten Hamster dann hol dir einen ich glaube die kosten 5 Euro im Geschäft das ist Hamster Spielzeug das ist jetzt ein bisschen schwierig okay einerseits hast du so einen Ball wo die da hin und her rennen können andererseits hast du dann einen Hamster im Ball schiff mit dem zu spielen mit dem zu spielen das ist die Wand klatschen die meine beste Freundin sie hat einfach mal ähm Kampf der gladiator gemacht mit einem Hamster Und dann haben sich alle gegenseitig getötet. WTF? WTF? Also, sie hatte einen Hamster, ne? Sie wusste nicht, dass der Hamster alleine ist. Sie wusste aber nicht, dass Hamster keine Rudeltiere sind. Hamster töten sich gegenseitig. Das heißt, sie hat drei Hamster in den Hebrich gesetzt. Und sie haben dann angefangen, sich gegen mich zu töten. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Wir haben die Hamster gesucht. Keiner mehr da. Da war nur noch einer. Der war weiß und er hatte hier alles rot. Und das haben wir jetzt. Das Häuschen aufgehebt. Und der Hamster, der eine fach rum, halb vernascht. Und der andere hat doch so halb gelebt, aber der weiße hat ihnen das Gehirn. Genau. Du weißt was? Wir wollen mit den Häuschen hin und der Hamster. Ja. Ein Downie. Und der weiße Hamster, der stand einfach nur so wie der König. Und ich hab noch versucht, bei dem einen Hamster zu reden. Der wohl das Gehirn raus hatte. Das Gehirn war zu weit raus. Ja, auf jeden Fall. Das war, das war mir sehr geil. Ich war 14. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das war mir sehr geil. Die Hunde ging mal, die sich getötet. Ja, und das ist der Kampf der Titarn. Und ich daran denke, man, da war alles voller Blut. so viel Blut ja 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 und dann hat das eine andere Freundin die hat erst mal gesehen Guppies zu anderen Fischen gemacht und die hat sich auch gesehen also die Leute müssen sich ein das ist mehr in den Film ja oh was für Liebe haben sie das danach wollte sie den Antworten so ein bisschen antworten der hat Blut ich hatte echt angefordert ich glaube sie haben ihn auch relativ schnell danach krepieren gelassen ja er war ein Downy danach wenn er nur noch das halbe Hirn hat so ein schöner Böppel so ein schöner Böppel unsere Böppel für dich so ein schöner Böppel so ein schöner dem Hamster das halb Gehirn ausgebrochen mit dem Hamster das Gehirn ist nicht so dramatisch weil du keine Nerven am Gehirn hast du spürst das nicht Ja, ich bin auch gewehrt, weißt du schon, dass du siehst. Ich habe mir jetzt so geschaut. Ich guck mich. Ja. Ja. Es war, es war, also, es war wirklich noch, es war wirklich schon. Ich sage, nee. Ja, das war's. Ich bin mir, ich bin mir in der Mitte. Ich bin mir in der Mitte. Ja, aber, da sagen wir immer. Bei Raten ist es überhaupt nicht so einfach. Du kannst nicht rödeln. Und wenn du den Rand wieder brennst, dann gehst du noch andere Raten bei, dann hast du nichts integriert mit den. Ja, das weiss ich. Ja, und das ist auch meist schlecht zu machen, dass eben der Prozess ist, und es wird auch gut geklappt, bis auf die Engel keine Hörer hat. Die Golf nicht richtig akzeptiert hat, nur Golf sind so häufig akzeptiert. Aber nein, sie hat hier die Gästin verloren gehört. Die anderen so geglaubt haben. Ja, ich meine, du siehst Menschen nicht anders. Du bist auch gemütlich, und du kapierst auch irgendwo komplett anders, wie es gesetzt wird, wo man kein Platz wird. Hombteru war mir freundlich. Ja. 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 Und das ist auch die Welt dafür, dass sie manchmal zu attackieren. Hörten sie sich so raus. Ja. Ja. Das wissen Sie schon bei Skorpionen. Sie sind ja Hörspringer. Ja. 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 Das Problem bei den Hörspringer also, ähm, die dürfen nicht zu groß sein, weil wenn die zu groß sind, an der Zeit von Skorpionen sich, äh, die Haut aufgehen, dann sind sie mehr schwach wie ein Hörspringer. Ja. Und dann kommt der Hörspringer sie anbringen. Warte. Warte. Ich verstehe ja, dass du von mir nicht fängst. Was denn? Kollege sagt mir, dass ich weh. Ich sagte, ich habe die von mir in Skopien zu gestorben. Ich hoffe, dass du mir bist. Ich meine, das war ein Handy. Soll man das? Nein, denn... Ich meine... Ich meine... Ich meine... Ich meine... Ich hoffe, dass du schläfst. Aber wenn du mir auch nur eine Mietauswahl hast, weil du nicht geschlafen bist. Boah, denk doch, wie viel Penge nötig hast du? Ich bin nicht gepennt, wo ich Penge. Ich bin nicht... Ich bin nicht schlimm, Penge. Ich suchte mir noch, dass das... Wohin aus wirklich was nicht gegangen. So, wenn das hier unsere Jungs-Freien-Dopfer gegangen wäre. Das ist schön mir gesucht. Du musst bei den Doktoren. Das ist doch nicht witzig. Und ich bin sehr... Ich habe auch nicht geschlafen. Du musst bei den Doktoren oder nicht... Ich habe auch schon mal geschlafen. Den vorne wäre die Jungs-Freien. Und das ist ja nicht ganz witzig. Und ich habe auch schon mal geschlafen. Ich kann das nicht machen. Ich muss nicht davon auskommen. war dein handy ja komisch was war die mir durch gesprächte das so mega abgepasst wie ich schauen wo man dran am leben und das fühlt sich zu uns gibt ich sehe da knatsch so ganz hinten drücken das gefällt mir das gefällt mir ich spiel vorne halt ja ich hab ausgemacht weil ich bin ich bin zufrieden ich glaube ich gehe jetzt auch gleich ins Feld weil wenn er mich wirklich anhört dann ruft er ja schon in 5 Stunden ruft nein was ist meine Name ich war für eine Runde höll ich will auch hier noch die Runde heim war das unten noch klein glaube ich ach mein im Build hm Ich gucke gerade in meinem YouTube-Statistik im Mund. Das ist Wahnsinn, wie die sich entwickelt. Heute, äh, heute einfach, ähm, irgendwann wird sich neuer Abgriff beiget. Ob 48 Stunden direkt sind das 57 Abgriff. Ich bin ganz schockiert, dass überhaupt jemand an mir in den Stream gekommen ist. Das ist einfach heftig, mein Impressum, der wies immer mich. Das ist mein Impressum von 5.464. Mittlerweile, aus meinem Video von 5.464, als auch schon bewusst ist, Leute zu sehen, ob Rick wirken, ob nun zu stehen. Krass. Krass. Ich meine, ich gehe auch in Bad, ich mache das nur fertig, ich habe keinen Bock mehr, um nach einem Döbelen E-P-Ton zu klären können. Ich habe bald schon Römming war fertig, ich habe bald auch drei Waffen und Gold gemacht. Das ist mega einfach, die Mission ist mega einfach. Stimmt, ich bin zu gut nach Infinity War 4 High auf dem heute PC. Weil der Schicklicht einmal länger was früher von Missionen gefroht ging, als für die Waffen auf Gold zu machen. Also was Hautfrohen aus Läscherlisch. Bei Infinity War 4, du wirst dann für die normalen Waffen erste Mal mit den Waffen aufgefangen ist, du wirst nicht aufgelevelt die Waffen. Ja. Du wirst aufgefangen mit den Waffen als erstes Mal 800 noch mehr Kills zu machen. Da kommt die erste Tarnung. Dann wären nur 800 Kills, mach 400 Headshots. Dodo macht 200 Kills am Rutschen. Dann die Feiertarnung war meistens immer nämlich, mach 500 Kills auch nicht zu sterben. Und Dodo war etwa nach 500 Kills auch nicht zu sterben. Und das Läscht, wo immer noch 500 Kills auch nicht zu sterben war. Wenn du so Waffen wie MP oder Sturmgewirr siehst, das geht noch. Du riechst dich einfach ab und du musst 5 Kills machen, ohne zu sterben mit den Sniper. Ja, das stimmt. Oder probier mal mit den Shotgun-Headshots sammeln. Ja, dann weißt du, was das nächste Lied in meiner Liste gewesen wäre? Michael Wendler. Oh, nee. Egal. Ja, genau. So, ich geh dann auch schlafen, meine Kinder. Ich auch. Ich bin dann auch weg. Ich geh dann auch schlafen. Dann hören wir uns morgen. Tschüss. Tschüss. Jawohl. Bis nachher.